Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video, beziehungsweise natürlich auch die Leute, die gerade auf Spotify zuhören, moin zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute gibt's das Druiden-Special, ja. Heute werden wir uns quasi über den Druiden unterhalten. Das heißt, die Leute, die vielleicht mit Heroic Classic in den Druiden spielen wollen, ja, gerne dranbleiben. Die ganze Geschichte wird so anderthalb Stunden dauern, denke ich mal ungefähr. Wir werden erst aus PvP eingehen, dann aus PvE. Und der gute Seekers heute am Start hat beides relativ intensiv gemacht, ja. Sehr viel PvP und PvE gemacht. Und genau, ich würde sagen, Seekers, stell dich einfach mal kurz vor. Ja, hallo, hallo Leute am Stream. Ich bin 29 Jahre alt, habe mit 2006 mit WoW angefangen, im dritten Quartal, circa im September. Konnte Classic also circa noch drei, vier Monate genießen, bis PC rauskam. Ah, okay, rip. Am Anfang habe ich dann auch angefangen, wirklich hardcore zu waden, bis Word of Light King Ende. Cutter haben wir dann auch noch gemacht, aber nicht mehr so intensiv, da waren wir nicht mehr wirklich unter Fürsts und wollten auch nicht mehr wirklich hardcore waden. Und bei Panda, also Mob, war dann Schluss, da hat sich unsere Gäder aufgelöst und dann habe ich auch die Lust an WoW verloren. Okay, am Anfang von Cutter oder am Ende? Am Ende, also den Drachen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau er heißt, den roten Drachen da, haben wir dann auch gelegt auf heroisch, aber dann beim Mob haben wir nichts mehr gemacht, großartig. Okay, also Ende von Cutter noch mitgenommen, Röger. Ja. Ich werde gerade kurz hier schütteln, einen Moment. Oh, sorry. Getränk ist am Start. Ja, nice, okay. Also auch eine relativ lange und intensive WoW-Vergangenheit dann eigentlich auch, ne? Also mit Burning Crusade, also ich habe ja von vielen traurigen Schicksalen gehört, die noch nicht mal Burning Crusade mitgemacht hatten. Aber da hast du richtig hardcore reingeballert, ja. Ja, aber immer den Druiden halt gespielt. Und dann halt Privatserver, vor zwei Jahren angefangen, für ein Jahr gespielt, bis Nostalgios halt down ging. Ja. Und dann habe ich auch mit Privatservern aufgehört. Ah, okay, okay. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass Classic wieder rauskommt. Ja, ja, ja. Ja, so wie, glaube ich, relativ viele, die hier gerade zuhören. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem, ach so, Leute, noch mal gerne kurz Feedback, ja. Ist der Sound von uns okay, ja? Hört man uns ungefähr gleich laut? Das wäre nochmal gut, wenn ihr da Feedback geben könntet an der Stelle. Das ist immer wichtig für die Aufnahme auch nachher, dass man es ungefähr gleich laut hört. Ja, wenn nicht, wenn einer von uns beiden leiser oder lauter ist, dann gerne nochmal Feedback geben an der Stelle. Ich hoffe, wir bekommen wieder keine Soundprobleme wie das letzte Mal. Das war ein bisschen blöd. Ist top? Okay, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, ja, fangen wir einfach mal an mit dem Druiden. Also wie gesagt, der Druide ist für mich, das habe ich auch, als ich damals mein kleines Video über den Druiden gemacht habe, gemerkt, echt, ja, so eine verschlossene Kiste. Ich habe vom Druiden nicht viel Plan, habe ihn auch selber nie gespielt. Was würdest du denn sagen, was ist eigentlich der Druide in WoW Classic? Wie kann man den beschreiben? Was kann man sich einstellen, wenn man den Druiden in WoW Classic spielt? Also, wenn man den Druiden spielt, kann man eigentlich sagen, einfach alle Klassen in den Mixer werfen und dann kommt der Druide raus. Weil der Druide hat auch Teile vom Schurken, hat auch Teile vom Krieger, Sachen vom Magier, Hexer mit den Dots zum Beispiel, Easter zum Heilen ähnlich und so weiter. Also, er hat eigentlich alle Fähigkeiten von allen Klassen, aber nur sehr schwach ausgeprägt. Ah, okay. Und dadurch kann man halt jede Rolle rein theoretisch einnehmen. Vom Caster, Nahkämpfer, Tank, Heiler. Aber auch nur rein theoretisch. Ja, ja. Okay. Und, ähm, ja, warum Druide? Also, welche Gründe sprechen dafür, dass man in WoW Classic jetzt im Speziellen einen Druiden spielen sollte? Und was waren dann auch so deine Gründe, sag ich mal, die du, ja, die dich zum Druiden bewegt haben? Also, die Gründe sind eigentlich leicht erklärt. Man kann alles machen. Also, wenn man mal wirklich wissen will, welche Rolle man am liebsten ausleben möchte, kann man den Druiden anfangen. Dann sieht man, ob man tanken möchte, ob man Midi-DT sein möchte, Caster, Heiler, ist halt alles möglich. Und im späteren Spielverlauf ist der Druide meiner Achtung nach extrem mächtig, wenn man weiß, wie man ihn beherrscht. Aber man muss halt dann auch nicht nur seine Klasse beherrschen können, man muss eigentlich alle Fähigkeiten von allen Klassen kennen und wissen, wann diese eingesetzt wird. Weil jeder, man kann eigentlich gegen alles, bis auf vier im Classic, alles zünden, um diese Fähigkeiten zu counteren. Und da ist der Druide extrem stark drin. Ja, früher, also, ich hab mich auch irgendwie gewundert, warum der Druide irgendwie eine relativ unpopuläre Klasse war eigentlich zu Vinila. Also, vielleicht liegt es auch daran, dass man ihn immer nur mit einem Nachtelfen oder mit einem Tauren spielen konnte. Aber ich hab immer das Gefühl gehabt, so viele Druiden gab's irgendwie nicht, oder? Gab's auch nicht. Also, es ist auch sehr schwierig, überhaupt einen weightfähigen Nicht-Heiler zu spielen. Also, DD, Tank und Caster muss man sehr viel Liebe reinstecken, damit der auch wirklich spielfähig ist im Weight. Gut, Horde oder Allianz? Gibt's da große Unterschiede beim Druiden? Also, wenn man jetzt nur vom PvE ausgeht im Weight-Content, würde ich immer empfehlen, Nachtelfe anzufangen, weil SCK einfach der stärkste Buff für einen Druiden ist. Das gibt's halt auf der Horde-Seite nicht. Auf der Horde-Seite gibt's ja dafür den Schamanen, der setzt Windfury. Davon profitiert leider der Druide, egal ob Tank oder als Katze, überhaupt nicht, weil er halt keine Waffe hat, schlägt, und dadurch kann Windfury überhaupt nicht ausgelisten. Ja. Dann zu den Klassenfähigkeiten. Der Nachtelfe hat hier Ausweichen zum Beispiel, oder besser Schleichen. Besser Schleichen könnte im PvP noch ein Nutzen sein, im PvE eher nicht. Ausweichen als Tank, okay, da finde ich aber die 5% mehr Leben als Taure und den Stun, äh, den Stun halt, die Volksfähigkeit vom Tauren halt deutlich besser, besonders im PvP. Okay, weil man dann Stun kann und wegrennen, so eine Art, ne? Ja, oder es reicht halt direkt aus, um meinen Wurzeln durchzukasten. Okay. Okay, aber du würdest jetzt nicht sagen, dass irgendwie, also würdest du quasi eher sagen, PvP, Horde und PvE eher Alice, ja? Genau. Wie immer halt. Okay. Ja gut, die Horde-Ratio sind da schon sehr dominante PvP, ne? Stimmt schon. Also, wie gesagt, nochmal die Info in die Runde, Leute. Wenn ihr Fragen zum Droiden habt, gerne reinschreiben. Ich versuche dann immer zwischendurch mal ein Auge drauf zu haben. Und dann werden wir die auch, äh, beantworten. Ähm, ja, dann kommen wir mal. Ja, wie gesagt, Rassenwahl ist halt so ein Thema, äh, haben wir jetzt eigentlich schon abgeklärt. Dadurch, dass man eben nur Nachtelfen oder, äh, Taure spielen kann mit dem Droiden. Äh, es ist relativ eingeschränkt. Dann könnt ihr nicht, äh, wo es rumspielen. Ähm, Levelphase. Wie levelt sich der Droide, ja, ähm, was sollte man da wissen? Also, extrem angenehm. Man sollte natürlich als Fervel hochleveln oder wenn man eine Gruppe hat, als Heiler. Aber im Solo-Bereich, wenn man wirklich großteils alleine ist, beziehungsweise nur Gruppen sucht für Instanzen oder ähnliches, kann ich nur den Fervel empfehlen. Weil da gibt's dann halt Specs, wo man gleichzeitig sehr gut tanken kann, aber auch als Katze mitgehen kann. Im Solo-Bereich hat man fast keine Downtime, als, wenn man sogar als Baird, levelt überhaupt keine, weil das Mana während der Tiergestalt natürlich weiterreckt. Man geht raus, heilt sich wieder hoch und geht zum nächsten Mob. Das ist halt extrem, ja, ist halt extrem angenehm. Zweitens ist man auch nicht gearabhängig. Man brönt da rein theoretisch auch mit dem Gear, was man nur durchs Questen bekommt. Sehr angenehm hochleveln, weil gearabhängig ist das halt ruhig überhaupt nicht. Waffen sind auch vollkommen uninteressant. Es sind halt nur die Stats, die beim Frieden, Fervel, beim Level-Phase halt wirklich zählen. Ja, ne, also gerade so diese Travel-Form ist auch mega nice, glaube ich, beim Level, ne, dass man dann quasi ab Level 30, glaube ich, den Geparden hat, ne? Genau, und schon ab Level 20 ist man ja schon, wenn man eh Fervelbaum trainiert, ab 22, 30 Prozent schneller in Katze. Ja. Das ist halt sehr angenehm. Man hat auch viele CC-Fähigkeiten, die man während des Levels nutzen kann, wo man dann vier bis fünf Mops gleichzeitig rein theoretisch downhauen kann. Das ist halt sehr praktisch. Ja. Moin Gimzwerg, nabend. Wie waren Droiden beim Tanken? Tensuten auf den Tank-Bereich gehen wir auf jeden Fall noch nachher im Detail ein, ja? Genau, ja, welchen Spec sollte man zum Level benutzen? Hast du eigentlich schon gesagt. Feral, ne, überwiegend, denke ich mal. Genau. Weil man levelt jetzt wirklich überwiegend in einer Gruppe hoch. Was aber wahrscheinlich bei nicht so vielen Leuten vorkommen wird, ne? Ja, und selbst dann nur als Heiler, als Eule, kann ich's echt nicht empfehlen. Okay. Da siegt man ein, zwei Mops und dann muss man erstmal wieder das komplette Mana rein. Und wenn man gegen zwei Mops gleichzeitig kämpft, ist es sehr anstrengend. Und haut nur. Ja, jetzt kam ja gerade auch die Frage, waren Droiden als Eule? Also wie gesagt, ich glaube, Eule ist gerade während der Levelphase nicht so nice halt. Ähm, ja, kann man vielleicht über die Eule nachher noch im Besonderen reden. Ähm, ja. Ähm. Genau, welche Klassenquests sind wichtig für den Droiden? Gibt's da irgendwelche, die man auf jeden Fall machen sollte? Also Klassenquests sind eigentlich nur von Level 1, also Level 10 kriegt man die Bärgestalt. Level 14 entgiften, besonders geil gegen Schurken, weil dieses Entgiften halt über 10 Sekunden Gifte entfernt. So kann man sich zum Beispiel auch das Blenden runternehmen, wenn man weiß, wann der Schurke ist in etwa gedenkt einzusetzen. Es gibt ja nur günstige Momente, wenige. Dann Wassergestalt auf Level 16 ist besonders wichtig für einen Punkt, den ich dann später erklären werde, für Hordentruidler, weil da kann man ab Level 35 ca. 20 Gold die Stunde fahren. Und Katze Level 20 ist besonders für Solo-Level geeignet und Level 30 Reisegestalt. Es gibt da noch eine Klassenquest auf Level 56, aber die bringt nur Equip und das ist dann spätestens ab Level 60 je wieder geschehen. Welche Waffen oder Dungeons sollte man während der Levelphase auf jeden Fall holen bzw. machen? Also gibt es da irgendwelche wichtigen Waffen oder Items oder welche Inni lohnt sich da besonders während der Levelphase? Da der Truide nicht wirklich skillabhängig ist, ja, man kann jede Instanz noch machen, aber nur das Equip, was man durch die Quests bekommt oder zufällig vom Boss-Drop ergaunern kann, würde ich wirklich farmen. Es gibt ja zum Beispiel das Devia-Gear, was auch für Schurken relativ gut ist, aber dann die Zeit auf diesen Level zu investieren, nur damit man es dann noch 3, 4 weitere Level oder 5 Level trägt, sehe ich nicht den Sinn drin. Dafür levelt der Truide sich viel zu leicht, auch mit etwas schlechteren Gear. Das Einzige ist, was man halt noch machen kann, wenn man später Vöbel machen will, in Gnome Regan schon mal ein paar Schläger fahren. Wenn man da eh noch 2-3 Mal wegen ein bisschen XP reingeht, kann man bei den Boss den Hammer schon mal ein paar Mal fahren, obwohl das dann auf Level 60 eh einfacher geht. Da kann man das in 4 Minuten allerdings probern. Hm, okay. Hm. Über diesen komischen Gnome Regan-Hammer werden wir auch nachher noch reden, denke ich mal, ne? Genau. Der ist halt extrem wichtig als Vöbel-DD und zum Akku-Aufbau vom Tank. Vor allem das weiß man noch nicht so lange, glaube ich, ne? Noch nicht so lange bekannt, ne? Genau. In Classic wusste ich's gar nicht. Hätten wir das noch im BC gewusst, hätten wir es selbst noch im Burning Crusade nutzen können, weil 50% mehr Angriffs-Speed ist halt, wäre jede Klasse froh drüber. Ja. Kommen wir aber, wie gesagt, nachher noch zu. Genau, und würde ich sagen, fangen wir mal an, Leute, mit dem Eingemachten, dem PvP. Ja, ähm. Also, wenn man mit einem Droiden ein Burning Crusade PvP gemacht hat, dann werden mir wahrscheinlich viele zustimmen, der war da einfach nur absolut OP, mit Live-Bloom irgendwie nahezu unbesiegbar in der Arena, total beliebt auch, mit vielen guten Setups und so weiter. Und ich finde immer so, wenn ich mir den Droiden in Vanilla anschaue, dann sehe ich eigentlich einen Healer, der noch nicht so OP ist wie in Burning Crusade, aber ich finde, man sieht schon so die ersten Ansätze, weil er einfach so vielseitig, so mobil und so viele verschiedene Sachen kann. Ähm. Was würdest du denn sagen, wie, ähm, wenn man jetzt Level 60 erreicht hat und wirklich nur PvP machen möchte mit dem Droiden? Ähm. Welchen Speck sollte man da nehmen? Also, im PvP kann ich dann eigentlich nur, wenn man wirklich seine Klasse maximal ausnutzen möchte, als Heiler vielleicht noch eine Mischung aus Heiler und Euler. Man kann auch als Fairbill, das werde ich zum Beispiel tun, spielen, aber dann hat man deutlich mehr Nachteile gegen bestimmte Klassen, als wenn man Heiler ist. Mit Heiler kann man Frieden zum Beispiel besiegen, wenn man Teil in den Eulenzweck reingeht. Kann man Krieger besiegen, kann man Jäger besiegen, einen Magier besiegen. Die einzigsten zwei Klassen, die extrem schwierig sind, wenn sie wirklich auf gleichem Niveau spielen und gleiche Krypte sind, sind Hexer und Priester, weil der Droide extrem viel anfällig ist. Okay. Heißt, du würdest auf jeden Fall Healer gehen und dann quasi für BGs und so weiter gucken, PvP-mäßig, ne? Also PvP-mäßig werde ich Fairbill sein, weil ich auch ein PvE-Fairbill-Tank machen möchte und wenn ich da zum Teil das Tank-Equip übernehme, dann kann ich Schurken und Krieger einfach verzweifeln lassen, weil wenn man dann später 70-75% Armored-Use hat, dann weint jeder Krieger und Schurke einfach nur, wenn er auf dich draufhaut. Okay. Das ist einfach nur lustig anzusehen. Okay, ja, das stimmt. Das habe ich auch als Schurke öfter schon mal erlebt. Aber ich meine es so, wenn man jetzt wirklich, sagen wir mal, man will wirklich Stammgruppen-PvP machen, hat man da als Fälle auch einen Platz? Das war auch so meine Frage. Das auf jeden Fall, weil man kann halt extrem schnell agieren, besonders in Ratti-Becken kann man halt wie der Schurke dann lang übernehmen, alleine. Die Stammgruppe geht zum Beispiel in die Mitte, holt da die Schmiede und die anderen holen das Sägewerk oder die Miede mit ein, zwei Schurken. Okay. Das ist halt möglich, um gleich am Anfang halt eine Überlegenheit herzustellen. Ja, ich lese hier auch gerade zum Beispiel Druide mit der Flaggenträger, das habe ich auch schon oft gehört oder auch selbst schon miterlebt in der Warsong, das ist einfach krank, was ein Druide mit der Flagge machen kann. Perfekt eigentlich. Sorry? Ja? Hätte ich auch ein YouTube-Video, wo wir es mal ein, zwei Minuten angucken können, da ist das eigentlich super zu sehen, wie mehrere auf so einen Druiden halt draufhauen, den versuchen zu tönen. Ja, kannst du mir gerne mal verlinken, dann machen wir es vielleicht mal kurz an. Ähm, was ist denn aber der, der, äh, Druide, der Stammgruppe, ähm, in der Warsong-Stammgruppe, wenn man eben Flaggenträger ist? Sind das dann überwiegend Heal-Druiden oder sind das dann auch Feral-Druiden, ja? Äh, ist eine Mischung aus, also hauptsächlich erstmal Heal, dann geht man einen Teil in den Feral-Baum, wegen den Uncharted, den Bär, das ist extrem wichtig im PvP. Okay, erstens, man kommt zum nächsten Gegner, man kann sich dann also durch das, die Landschaft ziehen, weil, wenn ein Gegner von vorne auf dich zukommt, hinter dir, dich bezahlen gerade, sagen wir mal, drei Gegner, charge den vor dir an, grenzt dann weiter in Reisegestalt, denjenigen, den du angescharcht hast, kann sich erstmal drei Sekunden nicht bewegen, war es noch ein Caster, der gezaubert hat, ist auch erstmal gesilenced. Okay, also man geht quasi eine Hybrid-Skillung, quasi direkt. Genau, ich hab das mal bei dir auch in Discord gepostet. Ja, wir schauen uns jetzt mal die Skillung an, Leute, ja, das BVP. Direkt mal rein, im Moment. So, der letzte Link wahrscheinlich, ne? So, könnt ihr das erkennen, Leute? Ich denke schon, oder? Ja, magst du vielleicht nochmal kurz von links nach rechts einfach erklären, die drei Talentbäume, die man dann hier mitnimmt? Genau, aus dem Gleichgewichtsbaum nimmt man halt Griff der Natur, das ist ein mega wichtiges Talent gegen Nahkämpfer, weil sobald man dieses Talent aktiviert, hat man für die 45 Sekunden eine Aufladung und sobald einer dann im Nahkampf dich hittet, wird er automatisch sofort gewurzelt und ist dann mindestens für 15 Sekunden, außer Fight, außer er hat wie Gnome, ein Festungsgünter, Medaillon oder ähnliches. Ah, okay. Und wenn er dann sich halt wieder befreit, macht man einfach zum Beispiel in Föbel, Keep, er ist mindestens drei Sekunden gestunt, kannst du nochmal wurzeln und spätestens dann kommt man nicht mehr raus. Dann noch Gestalt wandeln, weil man sehr oft rausswitchen muss, man kann ja durch dieses Switching jeden Verlangsamungseffekt entfernen, also man ist zum Beispiel gefrostet vom Magier, man geht einmal auf Gestalt wandeln, raus, wieder frei, läuft weiter, wird wieder verlangsamt, geht wieder in Katze rein und geht mal wieder raus. Selbst dieses Rausswitchen befreit einen halt vor Verlangsamungseffekt. Ja, das ist verrückt, ja. Und damit die Mana-Kosten halt reduziert werden, nimmt man da halt noch die zwei Punkte mit. Ah, okay. Dann geht man in den Föbelbaum, das mit Wildheit ist ein Talent, was man mitnimmt. Am Anfang geht man eh in Katze rein, macht die Krallenhebe, anspringen und zerfetzen drauf, damit schon mal ein paar Dots laufen. Das sind durch dieses Talent halt zum Teil vergünstigt, Klaue und Prankenhebe, äh, Krallenheit. Da ein dickes Fell erhöht den Rüstungswert in der normalen Gestalt, in der Bär er zu vernachlässigen, weil das nicht auf die Bärengestalt mit draufgerechnet wird, sondern nur agiert. Da ein brutaler Hieb ist natürlich wichtig, anspringen, das wäre beim Schurken zum Beispiel fieser Trick, dann ist der Gegner um eine Sekunde länger gestunt und die Fähigkeit vom Bär. Ah, okay. Wilder Attacke, schon wie gesagt, Gegner wird vier Sekunden bewegen. Das ist der Charge, ne? Genau, und wenn er zaubert, kann er vier Sekunden kein Zauber mehr wirken. Katzengestalt, auch noch relativ wichtig in Katzengestalt, das ist eigentlich dann die Switch-Gestalt, wo man sich rein und raus switcht, wenn man genug Mana hat, sonst Reisegestalt kostet weniger, dass man Katzengestalt halt nochmal um 30% schneller ist. Besonders im Schleichen hat man dann genau die gleiche Geschwindigkeit wie eine Klasse, die sich normal bewegt. Tatsächlich, ja? Lol, okay. Das fand ich mega interessant. Und wenn man mitnutzt, ist man sogar mit der Katzengestalt und Sprint schneller als das 60% Mount. Lol. Ich dachte gerade, schneller als Epic Mount, ey. GG. Ne, als 100% ist es nur im B7-Möglichkeit gewesen. Ne, was ich sagen wollte, dass zum Beispiel die Katze von Haus aus schon 30% schneller geht, habe ich noch, also wusste ich nie. Krass, das ist ja das Angenehme ab Level 20 mit der Gestalt bekommt, sofort mitzugehen. Wenn man schon da 30% steigt, ist man 40% schneller. Das wusste ich noch nicht, ey. Das ist halt extrem angenehm, aber nur draußen aktiv, das muss man natürlich sagen. Also in Gebäuden, wo man die Flagge zum Beispiel holt, war es von, ist das nicht aktiv. Ach, da ist sie dann nicht schneller. Ah, okay, interessant. Die Katze draußen, ah, okay, interessant. Ne, Flaggenraum nimmt man am meisten auch Sprinten, um schnell rein und rauszukommen, das reicht meistens. Und dann da draußen hat man eh Reisegestalt und Katzegestalt. Reisegestalt kann man ja auch nicht in Gebäude benutzen. Wieder was gelernt an der Stelle hier, okay. Genau, das nehmen wir quasi im Theralbaum mit, ja. Dann zu den Heilerbaumen, da nimmt man in Kriven mit, weil dann hat man schon mal 10, das ist relativ wichtig, um bestimmte Fähigkeiten im Bär zu nutzen. Oder in Katze hat man dann sofort 40 Energie, wenn man dort reingeht. Dann nimmt man natürlich alle Heiltalente mit, das ist eigentlich relativ leicht. Heilende Berührung, schneller zu casten und an Schnelligkeit der Natur zu kommen, damit man einen Instant-Wurzeln hat, einen Instant-Heilende Berührung, was mit 3000 bis 4000 auf einmal raushauen kann, also fast ein Full hier ist. Und Reflexion, mehr Mana-Regulation ist immer gut. Insektenschwarm ist einer mit der wichtigsten Zauber, weil man mit Mondfeuer und Insektenschwarm halt die Gegner. Man geht an die Gegner ran, haut die Dots drauf, wurzelt ihn, geht wieder auf Abstand. Und wenn ein Mordze nicht möglich ist, weil es ein Magier oder so ist oder sinnlos wäre, geht man halt in Reisegestalt wieder auf Distanz. Okay. Wieder auf Entfernung, man kaitet halt die Gegner, man spielt sie langsam. Und dann halt... Ja, und die Schnelligkeit der Natur ist ja sehr wichtig einfach, ne? Ein spontan Zauber, ne? Genau. Das ist unglaublich mächtig, ne? Alle drei Minuten. Mit Teil einer Berührung, höchsten Rang, fast von 0% auf 100% kann man dann reinzieher entscheiden. Könnte man sogar auch offensiv verwenden, aber wahrscheinlich in wenigsten Fällen, ne? Doch, Wurzeln. Also gegen Krieger oder Schurken, wenn die halt gerade den Griff Natur mit Medaillon oder so entfernt haben, Schnelligkeit der Natur, und dann kann man mehr Haie zauber raushauen als in der Zeit mit einer Schnelligkeit der Natur. Ah, okay, verstehe ich. Oder Winterschlaf auf dem Jägerpad, das ist auch relativ... Ja. Wenn er nicht gerade Master ist und sich dann mit seinem Pad da rausholen kann, aber das sieht man ja meistens. Hier kommt gerade die Nachfrage, Wucherwurzeln ist auch... Sorry, Wurzeln kann man auch nur draußen verwenden, ne? Genau, das ist auch das Problem. Also auch nicht in der Indie, ne? Aber Flachtfelder sind meistens draußen, also da ist es nicht so schlimm. Nur in Instanzen oder so, wenn man halt den CC fest eingeplant hat, ist man halt bedenken. In vielen Instanzen ist man nicht außerhalb. Ah, okay. Ja, leider. Na, Wend, Schabo, Na, Wend. Aber da gibt es ja meistens Winterschlaf um Tiere. In vielen Instanzen sind irgendwelche Drachtkinds, Tiere oder ähnliches. Und da kann man dann Winterschlaf wirken. Okay, dann machen wir mal weiter hier, wa? Dann halt rasche Heilung ist auch noch ein relativ wichtiges Talent. Kann halt auch nochmal ein Instant-Zauber und das sogar alle 15 Sekunden. Und wo ist denn das hier? Ach, hier unten, ganz unten. Okay, das 31er Talent, okay. Genau. Das andere ist halt nur Fähigkeiten, die Verjüngung verbessern, die gesamte Heilwirkung aller Zauber verbessern und nachwachsen. Und rasche Heilung ist halt, sobald ein Pott auf ein Ziel wirkt, kann man dieses komplett aufbrauchen, egal wie lange es noch wirkt. Selbst wenn es jetzt bei einer Sekunde ist, es wirkt dann so, als hätte man ein Verjüngung komplett durchgezogen in den Zeitrahmen von 18 Sekunden. Okay. Und das sind dann halt auch nochmal ein 2000er bis 4000er, je nach Rüstung und Pasenstand halt. Und das ist halt nochmal ein Instant-Zauber. Das heißt, man muss aber vorher Verjüngung oder Nachwachsen auf ihn drauf machen, oder wie? Genau, also ich gehe jetzt zum Beispiel in den Kampf, werde gehauen, habe Verjüngung natürlich vorher schon drauf gehabt. Es ist gerade am Auslaufen, wirklich rasche Heilung. Verjüngung, was gerade auslaufen würde, wird entfernt. Aber der komplette Heilwert, den Verjüngung hergestellt hätte, wenn ich es normal gecastet hätte, würde dann sofort erscheinen. Verjüngung tickt halt insgesamt dann mit 3000, wenn man ein gutes Equip hat. Das heißt, man lässt ihn dann runterlaufen, macht dann rasche Heilung und dann ist man direkt wieder voll und kann man es neu drauf machen. Das heißt, das ist nochmal eine super Heilung für sehr wenig Mana, weil Verjüngung hat ja schon seine Leistung fast vorher gebracht für die Mana-Kosten und dann könnte man rein theoretisch für ganz wenig Mana doch mal die komplette Heilung kasten. Aber in PvP ist das aber meist nicht möglich, weil der Gegner dich nicht so runterhaut, dass du es gerade benutzen kannst, wenn es kritisch ist. Ja, verstehe. Okay, interessant. Gut, dann, ja, Leute, wie gesagt, das wäre so der BG-Pvp-Spec, kann man ungefähr sagen, ne? Ja, man kann natürlich noch kleine Veränderungen machen, zum Beispiel dickes Fell ein bisschen mehr mitmachen oder ein bisschen mehr in Balance. Aber wenn man da in alle Möglichkeiten eingehen würde, die der Druida hat, wäre das so weit gegriffen. Genau. Das ist halt Flank-Carry gelungen, die ich jedem empfehlen würde. Genau. Und wir wollen es auch nicht mega viel Zeit im PvE verbringen. Von daher, das ist so der Speck, den er euch hier empfehlen würde. Wollen wir auch noch einen Feral-Spec auch noch anschauen? Hast du auch noch einen da zufällig, oder? Ja, Moment. Können wir uns den auch gerade noch anschauen, wenn ihr Feral spülen wollt. Ja, was ja dann halt auch den Vorteil hat, dass man, glaube ich, auch im Solo-Pvp und auch, wenn ihr farmen wollt und so weiter, natürlich mit dem Speck hier wahrscheinlich nicht so geil, ne? Ja. Wobei Solo-Pvp vielleicht noch gehen würde, aber gerade das Farmen ist wahrscheinlich mit dem Feral dann geiler. Ja, mit dem Feral-Spec. Kann man halt auch wirklich relativ brauchbar PvP machen. Super tanken und gleichzeitig Solo noch ein bisschen fahren. Genau. Das ist halt der Vorteil, was mich am Truinen reizt. Man muss nicht ständig umskillen. Um natürlich das Maximale rauszuholen, muss man es trotzdem. Ist einfach so. Ja. Das wäre jetzt hier der typische Feral-Spec. Vielleicht auch einmal hier nochmal kurz, was sich hier im Balance-Baum verändert hat und was wir dann hier im Feral-Baum machen. Also, was sich jetzt verändert hat, links im Balance-Baum geht man jetzt zum Beispiel noch weiter. Waffen-Balance zum Beispiel, da macht man durch Fairwell-Gestalt allen körperlichen Schaden, den man halt anrichtet, in allen Gestalten um 10% erhöht. Ja. Das löst sich halt automatisch aus, wenn wir irgendeinen Schaden machen, zaubern oder ähnliches, dann macht der nächste Zauber, dem wir wirken, oder die nächste Fähigkeit, den Katz, oder wer, die wir wirken, kostet nichts, wenn die Katze sofort raus haben. Okay. Dann. Wildheit. Also, auf Heral-Baum nimmt man jetzt beides mit, damit wilde Aggression dabei ist. Durch wilde Aggression ermöglicht das halt Wilder-Biss, weil man im PvE-Wait zum Beispiel, wenn man da als Idee ist, ja eigentlich keine Dots machen darf. Die Buffs-Dots nicht, zu erhöhen, oder andere Buffs zu enttämen, die Buffs, nimmt man halt eh nur Wilder-Biss. Da gibt es nicht die Frage, ob man jetzt zerfetzen wirkt, oder den Blutungsschaden halt, oder Wilder-Biss, weil ausweiden wäre es beim Schurkenklaube, den Instant-Schaden mitnimmt. Und dadurch erhöht sich der Instant-Schaden halt nochmal um 15%. Des Weiteren, falls man mal tanken sollte, off-tank, dann hat man demoralisierendes Gebrüll, was auch noch die Angriffskraft des Gegners um 40% reduziert von dieser Fähigkeit, die man dann wirkt. Wie beim Krieger gibt es so eine ähnliche Wegeklaube. Dann natürlich mit der Attacke mitgenommen, das ist absolut wichtig im PvP. Ja, auf jeden Fall. Der Terrell-Charge hat wieder, ne? Genau, 6% Crit ist immer gut. Bär und den Katzen-Gestahl. Katzengeschwindigkeit natürlich auch wieder. Notgross-Mutral ist einfach im PvP und PvE sehr angenehm. Ja, glaube ich dann. Dann Schreddern. Hier geht man zum Teil auch auf Schreddern. Wenn man hinter den Gegner ist, kann man durchs Powershiften zum Beispiel, was ich später noch erklären werde, extrem Schaden machen. Das ist so, als ob man beim Schurken unendlich viel Energie hätte. Man benutzt halt eine Sekunde oder einen Globus-CD, um Energie wieder fast auf 80 drauf zu bringen. Jede zwei Sekunden hat man dann 80 Energie. Das ist im PvE mega stark. Und im PvP, wenn nicht der Gegner halt tun lässt, was er kann, aber es ist selten so, dass du es Mana rausschmeißen kannst, weil der Gegner einfach nur zuschaut, wie du es bringst. So, dann Raubtierschläge nimmst du eigentlich nur mit, um an Ärzte der Wildnis zu kommen, weil das die Angriffskraft halt um 150 Prozent erhöht, aber nur auf deiner Stufe. Ist man Level 60, sind das 90 AP, die man bekommt. Das ist später nicht mehr wirklich viel für drei Talent Bungel, die man opfern muss. Ah, okay. Dann Blutraserei, jeder Crit in der Katzenfähigkeit, also Katzenfähigkeit, krittet man einen zusätzlichen Combo-Punkt, sowas ähnlich gibt es ja auch beim Schurken. Ja. Dann Feenfeuer, besonders wichtig, das kann ich jedem nur empfehlen, mitzuschieben, weil jeder Schurke hasst diesen Scheiß. Richtig. Er kann halt 40 Sekunden lang nicht mehr ins Stealth gehen. Ah, ich hasse den Schild, Alter. Und kann jede Sekunde erneuert werden und kostet halt kein Mana oder Energie oder sonst. Genau. Vor allem, man kann es doch nicht mal wegwänischen. Finde ich auch eklig. Ja. Nabend, Solander, Nabend. Dann ungezähmte Wut, erhöht nochmal die Hauptfähigkeit in Krallen, Klaue, ist wie finsterer Stoß vom Schurkenhalt, Krallenhieb ist ein kleiner Lott. Zermalmen ist eine Fähigkeit von Bär, die Hauptfähigkeit, um Akku zu generieren. Dann Prankenhieb, um auch günstig Akku zu produzieren, hat aber ein CD, deswegen kann man es nicht dauerhaft durchhauen, hilft aber auch gleichzeitig mehrere Ziele. Dann Herz der Wildnis, eines der stärksten Talente im Vöbelbaum, erhöht halt deine Intelligenz um 20%. Also jedes Intelligenzpunkt wäre dann so, als ob es 1,2 wäre. In Bär erhöht es dann noch zusätzliche Ausdauer um 20%. Deswegen kommt auch dieses extreme Leben, Punkte im Bär immer zustande. Ah, okay. Und in Katze ist die Stärke noch mal um 20% erhöht. Habe ich gerade mal eine Frage? Was ist der Unterschied zwischen der Bären und der Terrorbäringestalt? Habe ich nie so richtig gerafft. Genau, die Bäringestalt kriegt man auf Level 10 und auf Level 40, wo der Krieger zum Beispiel seine Platte bekommt, kriegt der Druide seine Terrorbäringestalt. Dadurch erhöht sich die Rüstung vom Bäringestalt 100% 360% plus. Okay, das heißt, man benutzt die normale Bärform dann nicht wieder wahrscheinlich, ne? Nee, die wird auch ersetzt. Also in der Interface gibt es dann die Bäringestalt nicht mehr, sie wird dann zur Terrorbäringestalt. Okay. Dann kriegt man halt Hörner, man sieht ein bisschen dunkler aus und gefährlicher halt. Aber die Hauptgrund ist mehr Gesundheit, weil in der Terrorbäringestalt kriegt man auch zusätzliche Gesundheit und der Rüstungbonus erhöht sich halt um 200%. Okay, gut, haben wir es auch geklärt. Soll ja der Ausgleich sein, wenn Krieger ihre Platte bekommt. Das ist auch der Vorteil, wo Krieger auf Level 40 dann anfangen müssen, Plattenteile zu sammeln, ist man als Druidentank schon so, als wäre hätte man Platte ausgerüstet. Ah, okay. Smuzu, guten Abend. Mal ganz kurz die Info an jeden, der gerade erst zugeschaltet hat. Wir haben heute das Druiden-Special am Start. Ja, 100 Zuschauer gerade. Kranker Schütz. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Und zwar haben wir heute den Seeker am Start, der uns heute quasi hier... ja, Rede und Antwort stehen wird und uns quasi die Druiden-Klasse mal vorstellt. Und wenn ihr Fragen zum Druiden habt, gerne reinschreiben. Ich versuche da noch immer noch, da nebenbei drauf einzugehen. Und ich habe hier gerade noch mal eine Frage von 23, der fragt... Also, sie ist ein bisschen off-topic an der Stelle, aber vielleicht hast du ja da spontane Antwort. Hast du von dem Dungeon-Grinding schon gehört? Hast du von dem Dungeon-Grinding schon gehört? Das eventuell effektiv sein wird, wenn man mit einer Gruppe hochlevelt, quasi. In WoW-Classic. Nee, da... Ach so, wenn der Gruppe nur durch Dungeon-Grinding... Genau. Genau, da wäre jetzt die Frage, welche Talente würdest du dafür empfehlen, wenn man wirklich nur mit Indies leveln würde? Genau, wenn man als Tank dabei ist, würde ich dann einfach den reinen Tank-Spec, mit dem level ich auch hoch, kann ich dann auch später posten. Das wird dann später im PvE selbst schon selber gepostet, weil das auch der Tank-Spec ist. Okay. Und auch auf Level 60 nicht umleveln. Ich mache zwar nicht nur rein durch Instanzen, aber als Bär kannst du halt extrem gut auch solo leveln, weil du bekommst keinen Schaden wirklich. Du hast dann das Mahn, um die wenigen HP da noch wegzuhalten, kannst drei bis vier Mobs auch ohne CD umhauen, weil du halt extrem viel einfach aushältst. Und das würde ich dann halt auch bei der reinen Instanzgruppe machen, weil da ist man eh nur als Bär unterwegs. Weil man sehr gut die Akku hält, gleichzeitig noch Schaden macht und dann die anderen drei DDs nicht das Equip wegklaut. Ah, okay. Also du würdest da als Tank reingehen an der Stelle, ja? Ja. Also Level gelogen ist ja eigentlich meistens Tank und DD, nur ein paar Talente. Dann würde ich zum Beispiel das Akku-Talent in der zweiten Reihe Instinkt der Wildnis mitnehmen, damit man dann halt nochmal deutlich mehr Akku produziert. Okay, na gut. In unserem Fall werden wir jetzt wahrscheinlich zwei Krieger mitnehmen, die dann auch tanken sollen, damit sie mehr Wut bekommen. Das heißt, in dem Fall wird er wahrscheinlich dann eher so auf mehr Schaden gehen. Ach so. Wenn dann oft denkst du, ja. Das heißt, das kannst du jetzt natürlich nicht wissen, was wir da für eine Taktik haben. Da müsste man dann vielleicht überlegen. Ab Level 40, also nur auf Katze, weil dann braucht man nicht die Akku von den Viechern halten, dann auf jeden Fall Katze. Das kommt später auch noch. Rein Katzenskill, dann auf Schleichen und ab Level 40 Powershift. Weil dann wird selbst jeder Krieger neidisch auf Level 40 schnell man Bosse umhauen kann. Weil die DPS von einer Katze, wenn die Powershift, Helm und alle Basten nutzt, sind in den ersten ein, zwei Minuten höher als von jeder anderen Klasse. Bis das mal nach 1000. Und warum ist das ab Level 40 erst möglich? Weil dann bekommt man wirklich, also man kann es auch vorher schon machen, dann ist es aber nicht so effektiv. Aber auf Level 40 kann man den Helm anlegen, den man als Lederer herstellen kann, wo man nochmal zusätzlich 20 Energie fürs Switchen bekommt. Durch das Inkriem-Talent bekommt man ja schon 40. Durch das, den Helm kriegt man nochmal plus 20. Und plus den Tick, den man ja dann hat, wie beim Schurken, in ein, zwei Sekunden, jede, zwei Sekunden tickt das ja, kriegt man nochmal plus 20. So kriegt man in einer Global City 80 Energie. Und woher bekommt man den Helm? Als Lederer kann man den dann herstellen. Das ist der Wolfshelm. Den kann man auch kurz mal einposten. Ah, ja, verlinken wir den gerne mal. Den kann man am Level 40 erst tragen, ja? Genau. Ah, okay, interessant. Also, Powershifting machen, Leute, ja? Das ist ja Bescheid. Ja, aber es geht halt nur bei Bossen, weil wenn man dann bei jedem dann Mobgruppe erstmal wieder reggen muss, ist das nicht unbedingt schneller. Okay. In der Mobgruppe kann man es halt ab und zu machen, wenn man genug Mana hat, aber nur beim Boss halt bis zum Ende. So. Ja. Vielleicht finde ich den hier gerade mal bei der Wolfshelm, ne? Ja. Ich suche das gerade im Equip. Ich habe den auch irgendwann. Nee, bei, bei, ich glaube, bei, bei Lederer findet man das irgendwie. Wolfshelm, keine Ahnung. Der hat die Lack schon, wäre die Übelst bei mir. Ähm. Ähm. Kopfhelm. Da ist es. Reuss. So. Rück. Reuss. Gefunden? Ja. In der Zeit lädt gerade. Ja, guten Abend an alle, die gerade erst eingeschaltet haben. Aldoer, moin moin. Und auch namens an M.Tarsus, moin moin. Das war jetzt die englische Seite, aber wie er auf Deutsch heißt, war ich jetzt gerade nicht genau. Ja, kein Problem, linken wir einfach gerne mal. Nee. Ähm. Wirst du Feral spielen im Endgame? Ist ja die Frage. Das auf jeden Fall. Also ich versuche ja noch, die Gilde zu überreden, dass wir auch ein Dudu als Main Tank nehmen. Wenn man ehrlich ist, als Main Tank wird es schwierig. Man kann zwar es machen, aber wenn man besonders in die erste, erste, zweite Mal in die Weight Instanz geht und man nicht so mega geil die Gruppe oder den Schlagzeug geäquipt hat, ist es schlecht. Es gibt zwar Bosse, wo ein Dudu Tank besser ist, Patchwork zum Beispiel oder Ankurai am Ende mit den Tentakeln. Da ist ein Truinen Tank besser, weil die eh nicht kritten können und quaschen, weil sie auf dem gleichen Level sind. Da Dudu tränkt ja die mit einem Wehrform mal schnell nebentankt am besten und bei Patchwork halt, da braucht man ja zwei Tanks, die Nebenhits aufhalten. Und da die auch nicht kritten können und nicht quaschen können und es reiner physischer Schaden ist, sind Dudus da am besten geeignet. Der erste Tank vom Patchwork ist dann halt ein Krieger, weil die Hits können halt kritten und quaschen und die zwei Nebentanks, der die Schläge abbekommt, ist halt ein Druide. Da kann man bis zu 75% Rüstungsreduzierung bekommen, dann kommen nur 25% Schaden. Der Dudu hat so immer mehr Leben als ein Kriegertank. Okay, ja da gehen wir später noch auf einen aufs PVE im Detail, genau. Ich habe gerade das Feedback bekommen, du bist ein bisschen abgehakt, vielleicht ein bisschen näher ans Mikro rangehen oder vielleicht deine Sensivity im Discord ein bisschen hochstellen, weißt du, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Aber du bist auch nicht das Mikro verschlucken, aber vielleicht die Sensivity, weißt du, wo man das macht, unter Sprache und Video, einfach den Regler ein bisschen nach links schieben, bei Mikrofonempfindlichkeit, dann bist du vielleicht nicht immer so abgehakt. Ja. Aber ich glaube, das klingt eigentlich auch noch. Das ist halt der Helm, bringt halt 20% mehr Energie in Katzenform, wenn man halt den Bärform gibt, nochmal zusätzlich fünf Wut. Ja, genau, also die Druiden unter euch, ja, merkt euch den Helm. Und das ist der Bishelm für Katze, also egal, was für ein Helm eigentlich im PVE droppt, wenn ihr wirklich nur PVE machen wollt, ist das der Helm, den ihr 60 und bis Anfang Winning Grussell, teilweise auch bis zum Ende Winning Grussell, bis der Patch kam, wo das entfernt wurde. Richtig krank. Und dafür müsst ihr euch abfinden. Und es gibt viele Items, wo Druiden, Perils, Items tragen, die ihr auf dem Levelweg eigentlich erhalten habt, aber bis zum Ende durchtragt, weil es einfach kein besseres Item für euch gibt. Genau. Jetzt sollte die Soundqually ein bisschen besser sein, glaube ich. Ja genau, das war auch immer ehrlich gesagt so ein Grund von mir, warum ich immer den Ruiden nicht so gerne gespielt habe, weil ich immer das gerne mag, wenn ich mich auch verbessern kann im Raid. Und der Druide halt dann doch echt einige Items halt wie gesagt schon hat, die halt einfach nicht ersetzen wird, sondern gefühlt. Joa, dann machen wir mal weiter. Und zwar, wir waren ja eigentlich noch im PvP-Bereich gerade. Und zwar die nächste Frage wäre, welche Items sollte man sich auf jeden Fall holen, wenn man den mit Druiden im PvP spielt? Gibt es da so besondere Items, die man auf jeden Fall braucht? Ja, ist mir ja jung auf jeden Fall. Das braucht man, glaube ich, für jede Klasse. Dann eigentlich das PvE-Gear, weil das PvE-Gear hat halt meistens den netten, charmanten Vorteil, dass es Stärke, Aggie, Ausdauer, Wille und in Troff hat, alle fünf Attribute, und das nicht gerade wenig. Im PvE gibt es dann meistens auch keine anderen. Man nimmt selbst als Tank dann meistens das PvE-P-Gear zum Teil, um da zu denken. Man kann eigentlich, wenn die Phasen rauskommen, wo man das PvE-Gear erreichen kann, also die ersten Battlegrounds, nimmt man eigentlich fast nur das PvE-Gear. Es gibt zwar einige Schmuckstücke, die man aus dem PvE übernimmt, aber dazu muss man dann natürlich auch Raiden gehen. Und ob man das dann bekommt, weil jetzt die Katze muss man sich auch abfinden, je nachdem, welche Gilde man isst, dass die ersten Items an die Klassen gehen, die auch das Maximum rausholen können. Weil die Idee ja davon, aber nicht so viel wie viele andere Klassen. Das ist halt das Schwierige. Also meine Frage war jetzt auch nochmal so angenommen, wie gesagt, ich bin das Level 60, weißt du, will PvP mit dem Druiden machen, klar so PvE und PvP-Gear ist, also ich meine, aber gibt's irgendwie auf Level 60 in den Dungeons noch irgendwelche Sachen, die man fürs PvP sich auf jeden Fall holen sollte, weißt du? Also die Brust, die man kassen kann durch die Quest-Reihe, dazu muss man aber einige Male in Stratolm, Blackwalk, Tiefen und so weiter gehen. Diese epische, oder wie? Genau, mit 50 Gold braucht man dann noch und so weiter. Die ist aber selbst für PvE bis zur Phase 3, Anfang 4 immer noch die beste, die man haben kann. Also Phase 3 gibt's dann beim Endboss in dem neuen Wade, dann eine bessere, aber bis man die bekommt, kann man auch Zeit ins Land streichen. Muss erst mal droppen und dann muss man es erst mal bekommen. Das ist eigentlich das Wichtige. Die Waffe ist eigentlich egal, welche man bekommt. Also man kann auch im PvP mit den Gnom Reganschläger machen, lohnt sich zwar nicht viel. Ich empfehle halt Stab des Aufsehers im PvE und PvP, weil die Rüstung erhöht, Verteidigung erhöht und das ist einfach gut. Außer man erreicht natürlich die Rank 14 Waffen. Aber bis das erreicht ist, dauert es einen Bereichen. Ja, wo bekommt man diesen Stab? Es ist leider ein Virtuop, also in Maha leicht zu finden für eine Menge Gold. Wie ist da nochmal der englische Name? Ja, ich kann die auch gleich posten, weil Tank-Sachen habe ich eigentlich Stab des Aufsehers heißt das halt und hier ist der Link dazu. Ja, link mir gerne mal. Schauen wir gerne mal kurz an, im Moment. Aber der Vorteil ist, es kann wirklich nur von Fairbill Druiden benutzt werden. Andere Klassen nutzen diesen Stab nicht. Ach der, genau. Aber für Fairbill Druiden, besonders im PvP, gibt es keinen besseren. Immer wenn ich diese Seite mache, dann fängt es fett an zu lecken, aber wir gucken hier. Also wir sehen hier 260 Rüstungen, 11 Stamina und 10 Defense, ne, okay. Und da Druiden halt durch die Rüstung auf Gegenständen ja noch doppelt profitieren, wenn er am Berge sind die 260 Rüstungen im Endeffekt etwas über 1100. Das ist halt der Vorteil. Das ist krank. Aber die Waffen sind eigentlich egal. Wenn man eine Waffe findet mit guten Stats, Aggie, Stärke, Ausdauer, nehmt sie einfach. Weil der Waffenschaden und die DPS auf der Waffe sind absolut uninteressant als Fairbill. Ah, okay. Da muss man glaube ich auch erstmal so reinkommen, ne, die ganze Fairbill-Thematik. Der Vorteil ist natürlich, wenn der Schurke in Waffen auf einem wirkt, sieht man den D-Waff ticken, aber es interessiert einen nicht. Man kann normal weiter Schaden machen ohne irgendeinen weniger Schaden zu machen. Ja, aber das ist auch so ein Thema, glaube ich, wenn man sich mit einem Droiden gar nicht auskennt, da muss man sich auch nur richtig reinfuchsen, wenn man das versteht irgendwie. Und dass man halt keinen Kreuzfahrer drauf zaubert im PvE, PvP, alles Sachen, die irgendwie die Brocken durch Waffenschläge braucht man als Droiden. Das kann nicht ausgelöst werden, außer man schlägt mit Normalgestalt auf den Gegner. Aber das tut man ja eigentlich. Ja, da kommen wir gleich auch noch zu. Genau, dann gehen wir mal weiter hier. Und zwar, welche Berufe sollte man mit dem Droiden in PvP machen? Sind die immer noch in PvP? Also ich glaube, das ist bei jeder Klasse das gleiche. Also Ingenieur ist erstmal auf Platz 1. Dann würde ich noch Verzauberer vielleicht wählen oder I-Fi. Okay, also gibt es nichts Besonderes? Wenn man natürlich noch Farm Shards hat, die auch natürlich Kräuter beziehungsweise genügend Items bringen für Verzauberung. Und Miner braucht man natürlich auch noch für Ingenieur. Okay, also gibt es keinen... Also Ingenieur Bergbau für PvP halt oder halt, wenn man einen Twink hat, der die Farmberufe hat, Ingenieur Verzauberer Ingenieur I-Fi. Okay. Ähm, ja. Welche Verzauberungen braucht man mit dem Droiden im PvP? Das ist eigentlich relativ einfach. Alle Verzauberungen die Sets sind, also ich kann jetzt natürlich gerne auch jeden... Nee, 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 einfach nur quasi... Wie schon gesagt, also wenn man Katze macht, Aggie, wenn man Heiler macht, Zauberschaden Int, Bille. Ah, okay. Und als Eule muss man sich auch abfinden, man braucht einen gewissen Mana-Reck, auch ein bisschen im PvP, weil das Problem ist halt, die Eule macht extrem Schaden, aber nur, solange sie Mana hat und danach ist... Ja, wieder die schnell rum, Genau. Retail ist gerade down, Leute, ja. Also, läuft hier gerade, der Blizzard, Sorry. Und sonst noch irgendwelche anderen wahrscheinlich auf den Schuhen einfach Movement Speed, würde ich vermuten, und dann halt Leben und so weiter auf Beine. Ja, Movement Speed skaliert halt super mit der Katze, weil dann ist man noch schneller, wenn man Movement Speed auf den Schuhen zum Beispiel hat, ist man schleichend schneller, als jemand, der halt kein Movement Speed auf den Schuhen hat und normal rumläuft. Ja. Das ist halt... Ja, genau. Okay, welche Add-ons sollte man mit einem Druiden im PvP haben? Also, der Waffenschwing-Timer kann ich auch nur empfehlen, weil das besonders wichtig ist, zum Beispiel, wenn man einen Gen-Caster empfehlen, weil man wartet den Schlag ab, fängt dann erst an zu karten, damit dann ein Schlag weniger kommt, der die Zauberzeit reduziert. Ah, okay. Im PvP auf jeden Fall, wenn man Katzen-Gestalt ist oder in Bären-Gestalt, dass hier der Mana-Bike noch angezeigt wird, kann ich dann auch gleich meine Add-on-Liste, wenn ich hier gefunden habe. Ah, weil man sonst nicht mehr sieht, wie viel Mana man hat, wenn man Bär ist oder wie. Genau, das ist das Problem. Also mit der normalen UI sieht man nicht, wie viel Mana man hat. Ist auch im PvE halt wichtig, um zu sehen, darf man jetzt noch einmal switchen oder kommt man da nicht mehr in irgendeine Gestalt rein? Oder kann man dann überhaupt noch in Zauber wirken? Ja, ja. Interessant. Da habe ich vorhin schon drüber nachgedacht, wie man das macht dann mit den Droiden. Ah, okay. Da gibt es auch einen Add-on-Fier wieder. Genau. Es gibt eigentlich im Gegensatz zu Classic, also zu Classic-Zeiten gab es sowas leider noch nicht. Ja, okay. Aber jetzt zum Glück. Haben die Droiden dann wahrscheinlich immer so abgeschätzt, wie viel Mana sie noch haben, ne? Genau. Und dann halt noch eine UI, der gegnerischen Zauber halt natürlich anzeigt, Classic-Cast-Bars zum Beispiel. Ja. Ah, okay. Namensplay-Distanz kann ich auch empfehlen. Das erhöht die Anzeige der Namensliste, also mit String-V kann man ja sicher alle, wie jetzt bei deinem Stream zum Beispiel, glaube ich, zu sehen ist, die gegnerische Lebenspunkte anzeigen lassen. Genau. Und durch dieses Add-on lässt sich das halt noch erhöhen. So sieht man bis zu 60 Metern. Wenn sich ein Gegner zum Beispiel hinterm Baum versteckt, sieht man diese dann trotzdem noch. Genau, das habe ich auch schon mal angehabt. Das ist echt ein krasser Unterschied. Dann seht ihr quasi diesen Balken. Da ist hier gerade kein Vieh mehr natürlich. Wir suchen mal einen hier, den Balken von dem. Nee, geht auch nicht. Der ist nicht feindlich. Also hier würde dann, wäre nochmal, guck, jetzt ist hier gerade der Balken erschienen. Und den würde man dann quasi schon von viel weiter hinten sehen. Okay, welche Konsumables brauchen wir mit dem Droiden-PVP? Welche Tränke oder so eignen sich besonders gut beim Droiden? Der Unsterblichkeitstrank, weiß ich jetzt gerade nicht, wie der heißt. Moment. Kann ich was? Unverwundbarkeit, glaube ich, ne? Genau, ist ja so ähnlich wie eine Parler-Bubble. Um dann in Ruhe halt gegen Millis hochzuhalten. Dann kann man, wenn man so gierig ist, natürlich auch Fläschchen der Titanen, um die Gesundheit zu erhöhen, um das Mana-Ding zu erhöhen. Aber dann geht das eigentlich schon in Hardcore-PVP, wenn man da wirklich auch die Konsum-Wilze anfängt, die man auch im PvE schlucken würde. Ja. Kraft ist Chuchu. Lässt sich halt relativ leicht fahren, wenn du eine gute Gruppe hast, weil jeder kriegt das ja. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen als Swirvel und auch diese Caster-Variante als Caster. Und Free-Action-Potion auch? Trank der freien Aktion eher weniger. Kann man machen, wenn man gegen Schurken oder so kämpft, aber da man aus den restlichen Effekten rauswitchen kann, ist das eher weniger. Nicht so interessant für den Druiden. Genau. Wichtig ist eher der Feuerschutztrank, Naturschutztrank, Forstschutztrank, Schattenschutztrank. Weil das kann in PvP-Duell gegen zum Beispiel einen Hexer, wenn man dann einen Schattenschutztrank schluckt und 2000 bis 4000 noch mehr zusätzlich absorbiert, könnte das dem Hexer schon wehtun. Ah, okay. Ist halt besser, als einen Haie dran zu zaubern. Dann halt die Thorium-Granaten natürlich, um den Gegner noch notfalls zu unterbrechen oder zu stammen. Jetzt habe ich hier gerade nochmal eine Frage. Ja, wenn ihr noch Fragen vom Druiden habt, Leute, ballert gerne raus. Ja, wir beantworten die gerne heute. Heute ist gerade ein Gespräch über den Druiden. Ja, für jeden von euch, der vielleicht einen Druiden spielen möchte, auf jeden Fall dranbleiben. Habt ihr jetzt schon viele Sachen gelesen, unter anderem, dass der Druiden-Tank eventuell balance-mäßig angepasst wird? Weiß da jemand mehr? Hast du da irgendwie schon was von mitbekommen, dass da was von der Balance auch verändert werden soll? Also, soweit ich weiß, sie wollten sehr Classic. Die haben ja extra vorher schon gesagt, balance-mäßig wird nichts gemacht in Classic. Es sei denn, es kommt irgendwie ein Bug oder ein Exploit auf, der das Spielgefühl so extrem schädigt. Und ab, also wenn man jetzt den Furbelbaum zum Beispiel spielt oder den Gleichgewichtsbaum, Abnachs-Ramas, ist man dann auch wirklich konkurrenzfähig. Bei Abnachs-Ramas ist er natürlich die letzte Phase, aber dann hat man auch als Eude genug Gier, um genug Mana zu regenerieren. Oder als Furbel gibt es dann Stäbe, die, wenn man sie anlegt, steht da drauf, 500 mehr AP in Katzen- und Terrorbeeren-Gestalt. Und das macht den dann mehr konkurrenzfähiger. Dann kann man auch langsam anfangen, auf den Hammerheit zu verzichten. Aber dass der irgendwie in Classic gebracht werden soll, habe ich jetzt auch nicht mitbekommen. Würde ich auch eher für unwahrscheinlich halten. Weil dann wäre es nicht mehr Classic, wenn man ehrlich ist. Ja, ich glaube, habe ich auch nicht vorgestellt, dass da irgendwelche großen Änderungen kommen, ehrlich gesagt. Außer, dass man den Paladin richtig tankfähig machen würde oder so. Also kann ich mir nicht vorstellen, Leute. Genau. Jetzt hier nochmal die Frage, was mit dem PvP-Gier, ob das besser wäre als der Wolfshelm im PvP-Helm wahrscheinlich. Ist das PvP der Wolfshelm oder PvE? Habe ich jetzt nicht verstanden. Denke fürs PvP dann. Im PvP ist der Wolfshelm eher uninteressant, weil wenn man da als Fairble spielt, hat man nicht so viel Mana, um dann auch noch das Mana, was man hat, in Powershiften zu benutzen. Nur um mehr Schaden rauszuhauen. Weil da hat man meistens bewegungseinschränkende Effekte, dann benutzt man das, aber dann ist man meistens auch nicht mehr am Gegner dran, um die 80 Energie so schnell aufzubrauchen, dass der nächste Tick dann nicht ins Leere geht. Falls im PvP zieht man dann einfach das PvP-Gier dann auch an. Fertig, ne? Okay. Also im PvP nimmt man halt nicht den Helm. Da nimmt man meistens normalen, mit guten Stats. Ja. Ja, Leute. Ihr braucht den Wolfshelm nicht immer tragen. Im PvP nicht. Aber im PvE macht er halt einfach, ist er unschlagbar. Genau wie die Gnomehammer. Okay. Genau, wir nähern uns dann auch dem Ende vom PvP-Bereich. Das Gameplay vom Druiden im PvP. Wie würdest du das beschreiben? Den Gegner runterzergen. Also das ist eindeutig. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Kampf gegen einen Schurken macht, man besiegt ihn nicht in den ersten 10 oder 30 Sekunden. Da ist es eigentlich eher wichtig, den Schurken nicht die Chance zu geben, einen in 10, 30 Sekunden umzuhauen. Und danach spielt man auf Zeit. Man geht ran. Es gibt auch ein lustiges Video im Internet, wo so ein Typ, ein Streamer, zeigt, rennt zur Wand, castet zwei Mondfeuer, Insektenschwaben, rennt weg, rennt wieder hin, Mondfeuer, Insektenschwaben, rennt weg. Gibt es einen sehr wichtigen Gameplay. Ich stelle es mir vor. Ja. Geht halt 50 Sekunden, kann man ja vielleicht am Ende noch zeigen. Und so spielt man halt. Man spielt den Gegner auf Zeit runter. Selbst gegen einen Magier, man spielt den runter, weil er keinen Mana mehr hat. Das ist die Stärke, weil wenn ich eine Katze bin und dann Magier rumhaue, generiere ich Mana. Der Magier muss Mana auffahren, um mich davon abzuhalten. Irgendwann ist er oben und dann habe ich mein bestes Spiel. Ah, okay. Also wirklich auf Zeit spielen. Also einfach auf Zeit spielen, genau. Für das Damage kann man PvP mit einen Druiden, egal welchen Speck, ich mache. Außer eine Eule und der Gegner lässt sich die ersten 5 Sekunden durchs Cast. Gerade noch die Frage, was ist denn besser? Dungeon-Gear, was man in Level 60er Dungeon bekommt, oder das blaue PvP-Gear? Also da würde ich jetzt auch spontan das beantworten können. Das blaue PvP-Gear wird auf jeden Fall stärker sein, ne? Im PvP. Genau. Außer ein paar Items wie Twinkets oder so würde ich dann noch das zweite Twinket zum Beispiel, das PvP-Twinket natürlich, um die Effekte runterzunehmen und dann halt zum Beispiel das PvP-Twinket vom Verzauberer, weil das hilft einen gegen Caster, weil das Räsi gegen alles gibt und die Rüstung nochmal erhöht. Das erhöht halt die Lebensfähigkeit dann nochmal enorm. Ah, okay. Aber das kann man halt situationsbedingt auswählen. Ja, aber was die normalen Set-Teile angeht, Leute, das blaue PvP-Set ist dermaßen stark. Wird ja auch auf dem 1.12er-Patch-Niveau kommen, also das ist schon sehr, sehr stark. Und da halt alle Attribute meistens auf diesen Set-Teilen vorhanden sind. Stärke, Aggie, Ausdauer, Wille, Intelligenz. Und das findet man im PvE nicht. Wirklich. Okay. Ich werde keinen Druiden spielen, das muss so. Ne, ich werde Schorke spielen, Gnom-Schorke. Ja, genauso wie der kleine Typ hier. Ich habe mir den Kolben nochmal genauer angeschaut, also diese 500 Haze sind 50% mehr Attack-Speed. Über den Kolben werden wir aber nachher noch sprechen. Gimzwerk, vielen, vielen Dank für die beiden verschenkten Community-Subs. Ja, Oizg und Joesh können sich freuen, ja. Danke dir, danke dir, Gimzwerk. Vielen, vielen Dank. Ich bin nicht vorbereitet. Ähm. M-m-m. Naja, MBG lacht man fälls aus, Druiden sind Flag-Carries mehr nicht. Was würdest du da entgegnen? Äh, kommt drauf an, welche Klasse er spielt. Wenn er Hexer oder Priester spielt, ja, hat er sehr gute Chancen, mich locker umzauern, aber gegen alle anderen Klasse kann ein Fairble locker bestehen, wenn er wirklich spielerisch auf einem besseren Niveau spielt. Auf dem gleichen wird schwierig, aber auf dem besseren absolut easy machbar. Es ist halt sehr schwer, man muss viele Makros zum Beispiel bauen, um Wortsinn zu wirken, muss man in die Makro einbauen, dass man vorher aus der Gestalt rausgeht. Wenn man das ständig selber wegklicken muss, wird man irgendwann kaputt im Kopf. Aber wenn man alles perfekt macht, ist ein Fairble im PvP meiner Achtung nach die stärkste, mehr nicht die stärkste nicht annähert, aber sie kann halt gegen alle Klassen bis auf Hexer und Priester wirklich was machen, weil sie überall was zu countern hat. Ich weiß absolut, was du meinst. Es ist wirklich so, Leute, der Druide ist vielleicht in den Augen von vielen im PvP nicht so mega stark oder man fragt sich, was macht der Druide da irgendwie, aber der Druide kann gerade im BG-PvP echt, dermaßen stark sein einfach, weil er so viel machen kann, so viele Möglichkeiten hat und mit ein bisschen Support echt nahezu unsterblich ist, wirklich. Also man kann, dann hat man mal einen Millie am Arsch und geht man in einen Bär, dann hat man irgendwie einen Schurk und dann rennt man weg. Also es ist echt krank, dass man wirklich mit einem Druiden ein BG machen kann, auch vor allem wenn man viel Gier hat. Ich finde, der Druide ist auch einer der Klassen, wenn man sich mal den Druiden mit Rang 14 Gier anschaut, die haben so viel Leben, die sind fast unsterblich im BG gefühlt. Also da sind dann immer wieder die Healer da, bevor man den runtergehauen hat irgendwie. Von daher, also ich denke auch, der Druide ist auch einer so der unterschätzten oder am unterschätzten im PvP in Vanilla, würde ich schon sagen. Und wenn ein Druide sterben will, stirbt er auch nicht. Er kann eigentlich fast aus jeder Situation, wenn es nicht zu spät ist, aber durch seine Mobilität und Geschwindigkeit. Man muss ihn dafür auch gut spielen können, auf jeden Fall. Das machen halt auch nicht so mega viele, also ich finde beim Druiden gibt es auch so viele, oder sieht man sehr schnell, ob es ein guter oder ein schlechter Druide ist. Aber ja, also Druide ist wirklich nicht zu unterschätzen, Leute, in PvP. Ja, der Krieger, äh, der Krieger reicht schon, der Druide im World-Pvp, wie ist da so das Gameplay? Wird PvP, also selbst wenn er eigentlich überrascht wird während der Level-Phase, ist er durch seine High-Fähigkeiten, wenn er als Ferry hochlebt, extrem mobil, also wenn es der Gegner einfach denkt, ach, den haue ich mal um, ohne sich wirklich drauf vorzubereiten, kann man den Gegner auch locker noch umhauen, ohne Probleme, weil man CC-t ihn, heilt hoch und dann ist es eigentlich so, als ob man ein normales Duell beginnt. Wenn man später sogar noch das Blaue Gear hat, was relativ gut ist und es ist für jede Klasse geeignet, wie schon gesagt, es hat Stärke, Beweglichkeit, Intelligenz, Ausdauer, später auch noch Willenskraft und es bringt Stats mit 40 Angriffskraft, 15% mehr Heilung und mehr Schaden, also man kann es, es ist wie der Druide ist, es bringt für jede Klasse was und wenn man das Führerset hat, kriegt man nochmal 15% mehr Bewegungsgeschwindigkeit in Bär, Katze und Reisegestalt, also in Reisegestalt wird man dann zu 50, 60% Geschwindigkeit bekommen, wenn man die Stiefel noch hat, zusätzlich und in Katze sind das dann 50% circa und in Bär ist man mit Stiefeln dann so 118, 120% schnell und das erhöht halt die Mobilität in BGs wird PvP, wenn man einen Gegner angreift und kommen zwei Allies um die Ecke, dann haut man einfach ab und mit welchem Set wird die Geschwindigkeit erhöht? Mit dem blauen Set auch mit dem blauen PvP-Set, ja? Frank, ey, dann lohnt sich das richtig fett für den Druiden eigentlich, ne? Genau, und dann noch die Angriffskraft und noch viele andere Sachen, die erhöhnt werden. Hatte ich nämlich auch immer den Eindruck, dass irgendwie Druiden tendenziell wirklich sehr, sehr stark auch von dem blauen PvP-Set profitieren, dann echt nochmal ein kranker Unterschied, ey. Und also dieser Set-Bonus ist auf jedem Set drauf, wie ich gerade sehe. Also das bleibt auch bei dem besten libyschen Set vorhanden, die Set-Bonus. Okay. Also Leute, mit dem Druiden Rang 14 machen, ja, das war Bescheid. Nur im späteren Verlauf ist halt, wie schon gesagt, Willenskraft mit drauf, was dann nochmal extrem den Purple, den Resgro und so weiter, wenn du mehr Mana hast, kannst du auch mehr raushauen. Ja. Okay, dann die letzte PvP-Frage. Ja, haben wir eigentlich auch schon mehr oder weniger beantwortet. PvP-Gear für den Druiden, wie mächtig ist es eigentlich? Schon extrem mächtig, ne? Genau, weil jede Klasse verbessert wird. Als Fairwell profitiert man auch mehr von mehr Mana und mehr Willenskraft, weil man kann sich dann als Fairwell auch sehr gut gegenheilen. Als Heiler kann man auch Katze gehen, weil auch Stärke und Aggie drauf ist, um dann mehr durch Dot-Charts zu machen. Gleichzeitig werden auch Mondfeuer und Insektenschwarm. Das Gear ist halt für jedes Talentbäum geeignet, nicht wie bei manchen Klassen, wo es nur auf bestimmte Talentbäume geht, sondern man kann mit dem Gear aus jedem Talentbäum was rausholen. Danke. Zum Beispiel, völliger Gegensatz beim Schurken zum Beispiel, ist das PvE-Gear finde ich persönlich deutlich besser, auch im PvP. Das ist echt schon cool. Mit einem Droiden kann man das wirklich sehr gut gebrauchen, das PvP-Gear. Gut, dann machen wir weiter mit dem PvE, Leute. Das haben wir lange genug hier über PvE, äh, über PvP geschnackt. Ich denke, viele von euch interessiert auch, was man mit einem Droiden im PvE machen kann. Ja, da kann man natürlich auch viele Dinge machen. Man kann heilen, man kann tanken, man kann Schaden machen. wird auch eine spannende Frage, wie viel Schaden dann die Feral-Droiden wirklich machen werden, ne, mit dem Numerigan-Kolben, so auf lange Sicht. Ähm, ja, wir fangen mal von Anfang an an. Ähm, endlich Level 60, ja, ähm, ich möchte jetzt quasi den Feral-Droiden spielen im PvE, ne, also vor allem halt auch in den Five-Man-Dungeons. Ähm, welche, welche, welchen Speck nehme ich da? Je nachdem, also ich würde da am Anfang, wenn ich Level 60 erreicht habe, den Level-Speck noch behalten, weil dann kann man Schaden machen, kann man tanken, tanken ist so ein One-Ticket für jede Instanz, also da findet man sofort eine Gruppe. Und Dungeons kann der Droide auch noch wirklich gut tanken, also die sind ja noch nicht so schwer. Und in Wades ist man dann eigentlich maximal ein Off-Tank, der dann halt immer switcht, wenn noch ein Tank gebraucht wird, und so weiter. Da kann ich den Talentbaum einen Moment einmal posten, der halt alles kann, aber nichts wirklich richtig. Hmm. Schauen wir auch direkt mal rein. Reiner Penks gelungen ist, tankier, tanket da. So, da ist der. und seite wird wieder mega verlängern aber ja ja moment moment so und mir noch nicht jetzt auch und auch vielleicht einmal ja nur so grob erklären wenn man die talente eigentlich schon erklärt genau warum der baum balance baum ist ja wucherwurzeln alles wieder dabei damit auch im pfe man muss es eh mitnehmen um die zehn prozent mehr körperlichen schaden dadurch macht man ja mehr akro man macht auch gleichzeitig mehr schaden katzen gestellt ist ja für beide specks gut dann geht man auf wildheit um die kosten für die tank fähigkeiten zu reduzieren man nimmt das instinkt der wittnis mit der vorteil darin ist man produziert mehr akro ist immer gut besonders in classic wirklich was ausmacht im pvp kann man den specks zum beispiel auch zum teil nehmen da das ist auch das gleiche man wird weniger entdeckt wenn man vor dem gegner rumläuft dann ein punkt in dickes fell weil mehr punkte waren nicht übrig für die attacke egal ob pvp für e ist natürlich wieder dabei sechs prozent mehr krit und mehr akro jetzt sind wir noch uhrverroh mit das heißt immer wenn man selbst einen kritischen treffer hier kriegt man fünf wut mehr das rechte mit dem maul müsste das sein ja genau das ist halt wenn man viele ads denkt und man kriegt dann einfach nur die gut rein man kann dann alles raus haben was man gut fähigkeiten hat hat kein problem mehr gleichzeitig die katzen fähigkeiten besonders schreddern gestalt wandelt halt auch da kann man auch powershift mitmachen also mit diesem skill herz der witness habe ich schon erklärt rudelführer um die gruppe natürlich noch um drei prozent krit zu erhöhen und die jäger auch hier und drei sogar ich dachte wenn man zwei prozent 3 3 krit für die ganze gruppe ist auch nice eigentlich ja drei prozent aber in burning crusade wurde es auch fünf prozent erhöht so und dann halt in cream um auch powerstift wirklich wirken zu können mit diesem spec wenn man da halt die zwei gears hat einmal tank ihr und den e-gear kann man halt sehr gut schaden mal wieder zu leute die lag die seite ja okay den speck würdest du auf jeden fall auch am anfang empfehlen wenn man pve machen möchte kann genau und mit dem speck kann man auch hochleveln okay ähm ja jetzt welche item sollte man sich wiederholen wie gesagt beim druiden halt so ein bisschen äh beim krieger hat die frage mehr sinn gemacht ähm ja beim truiden gibt zeit starb das aufseher wenn man tanken will dann sollte man verzauberer hochleveln wenn man nur halt wirklich annähernd überhaupt kann man es fröhlich ausdrücken main tank werden möchte kann man niemals den krieger ersetzen ist einfach so aber da gibt es ein verzauberungsstück was halt extrem viel rüstung hat und wie schon gesagt 460 prozent wird dieser wert erhöht also 360 prozent real aber mit dem mal 4,6 nimmt ist das der rüstungswert wenn man dieses item anlegt und das sind dann noch mal 1000 zusätzlich wenn man dann noch dieses rüstungsteil was man aus einer quest bekommt kriegt man nur durch die rüstungsteile schon 1600 rüstung zusätzlich okay okay dann das würde ich mir als als erstes holen dann halt normales tankgear die waffe wenn man die aus dem virtual bekommt behält man halt für immer da muss man sich auch abfinden dass man mit der level 46er waffe bis max ramas rum rülft als tank schon lustig irgendwie ja der ist halt der vorteil man klaut keinen anderen spielern den loot weg ja es gibt zwar ein paar sachen die halt auch ein schurker haben möchte weil brustpanzer zum beispiel ab phase 4 möchte der schurker haben möchte aber auch der truen tank und färbel haben aber im grunde so 30 40 prozent des gears tauscht man nicht mehr aus bis zum ende okay nabend asael nabend ich kann dir am ende auch eine seite posten wo das beste bis hier für jede phase drinsteht jo sehr gut für die leute die dann es interessiert da kannst du mir den link mal schicken dann poste ich den direkt mal rein für die leute dann gibt es noch ein super quiet für es gibt halt für jeden klassenspec eine quiete im internet der sehr gut alles erklärt ja dann poste ich einfach mal den hier rein dann können die leute auch noch mal gucken nabend ralle dafür heiler ja nochmal falls ihr gerade zugeschaltet habt heute haben wir das druiden special hier am start wir unterhalten uns gerade über die druiden klasse und wenn ihr fragen zum schurken habt dann gerne in den chat damit genau so hier noch mal die liste wenn ihr hila spielen wollt auch noch mal in den chat rein verlinkt an der stelle gut kommen wir zur nächsten frage ja aber nur eins um klar zu stellen wenn man färbel tank machen möchte muss man immer bereit sein notfalls wenn der wait leader oder die gruppe das braucht auch dd zu machen und je nachdem wie eure gilde ist oder mit denen ihr waitet müsst ihr auch bereit sein heilen zu heilen ist einfach so meistens bezahlt dann die gilde das ums becken aber ihr müsst halt euch auch bereit machen wenn die gilde gerade kein tank oder dd braucht der nicht so viel fahren kann wie ein schock oder krieger dann auch als heiler mit zu gehen das ist und ihr müsst halt drei bis fünf gears sammeln heißt immer auch darauf einstellen und eventuell auch anderweitig von der gilde gebraucht wird genau ok habe ich gerade schurke gesagt ok rip ich meine natürlich druide ja genau dann die nächste frage wäre welche berufe sollte man mit dem feral nehmen also ich werde vier berufe lernen als anfang werde ich halt kirschner und kräuterkunde hochleveln dann werde ich zurücksetzen anfangen verzauberer und lederer hochzuleveln damit ich da die bob also die items die nach dem herstellen gebunden sind herzustellen dann werde ich die wieder vergessen und dann werde ich kräuterkunde eiche machen also wenn ihr nicht so intensiv machen wollt um die besten items zu bekommen weil die das ist zum beispiel das beim verzauberer ist das beste schmuckstück was ihr bis zum ende des contents also selbst des nax ramas bis zum ende durchhaltet das ist das beste item für weedentex das kann man sich nur machen wenn man verzauberer ist oder wie genau man muss auch dann noch aus irgendeiner instanz das rezept haben und sobald man es hergestellt hat ist es halt sofort gebunden ach ehrlich ja und da braucht man ein enchanting 300 oder wie ne 260 nur man muss es nicht komplett bis Ende open end hochgehen aber 260 ist in classic auch schon eine ansage hast du da auch mal einen link zufällig ja ich brauchst es gerade rauchendes herz des berges ach komisch das können ich wusste gar nicht dass ich äh verzauberer überhaupt äh ist halt ein schmuckstück das ist halt überhaupt was herstellen können ich dachte die können einfach nur verzauberungen machen und fertig ne äh äh zauberstäbe können die glaube ich auch herstellen und so ok also leute hier nochmal und natürlich ist es wieder oben gestellt das war immer so nervig hier ja oh man Moment ähm so hier ja ja das könnt ihr euch also mit einem zauberer selber herstellen weil da wieder so viel Rüstung drauf ist wahrscheinlich ne genau Rüstung ist halt muss man immer mit ca. mal 4,6 rechnen und da hat man wirklich den realen Rüstungswert den man als wäre wenn man das Item anlegt und das ist halt enorm wenn man jetzt hochrechnet das sind 600 ein bisschen mehr 700 knapp das ist extrem das hat halt der Krieger zum Beispiel nicht deswegen erreichen die Druiden ja Rüstungswerte wo Krieger nur träumen könnten ja ja Leute macht euch das auf jeden Fall äh bewusst so ne ihr müsst mit dem Druiden echt äh Wege gehen die die man sich sonst so nicht vorstellen kann ne also der aber auch sehr interessant finde ich ich glaube das ist auch so ein Ding wenn man dann einmal so in dieser äh äh in diesem Druiden Game drin ist so da hat man auch wahrscheinlich keinen Bock mehr auf andere Klassen so wahrscheinlich ne oder und man freut sich bestimmt dann immer schon so drauf seine besonderen Sachen so zu machen so habe ich das zum Beispiel auch mit ein paar Sachen beim Schurken genau es ist halt eine ganze Spielersöphe meines Achtungs nach genau ich bin dann stolz wenn ich dann nur noch 100 DPS oder 200 DPS von Schurken entfernt bin und alle anderen Hybrid Klassen wie Shadow Schamanen Verstärker ELE hinter mir halte und die noch nicht mal 50 oder sag mal 300 500 DPS Unterschied dann habe ja und dann bin ich halt stolz was ich erreicht habe mit einer Klasse die eigentlich nichts kann ja also wenn man jetzt wirklich normal spielen würde was normal eigentlich vom Blüten weißt was du meinst dass man quasi wirklich versucht hat so viel wie möglich aus der Klasse einfach rauszuholen ne aber man muss halt auch wissen um dann wirklich ein Raid gebraucht zu werden also kein Hindernis zu sein als Heiler kann man ganz normal mitspielen aber als DD, Eule, Katze, Tank muss man mehr Zeit investieren als andere Klassen und erreicht dann immer noch nicht so viel wie die anderen Klassen das ist klar also Krieger Tank muss deutlich weniger investieren an Zeit und er wird besser sein ok jetzt haben wir hier noch eine Frage für wie gut bzw. sinnvoll hält er denn den Feral als DPS Klasse im Raid? wenn du es auf Maximum raustreibst bist du bei den Jäger Hexenmeister angekommen wenn man wirklich das Maximum aus seiner Klasse raushält kann man auf dieses Level aufsteigen und ich finde dann ist man auch kein Hindernis mehr in Raid der Vorteil ist man kann jederzeit auch tanken das können die Hexe Jäger nicht tun stimmt man kommt nicht an einen Magier oder natürlich Schurken oder Krieger ran aber man ist immer noch ein besserer Tank als ein Krieger der keinen Skillung als Defender hat also das ist immer Verteidigung und du gehst in den Wehr rein ziehst dein neues Spec an und kannst denken auch im Raid während des Kampfes kannst du einfach in den Wehr gehen und kannst denken Interessant Interessante Sichtweise finde ich auch wenn man auch nochmal so schaut nicht nur einfach so ich will aber Feral spielen und fällig sondern auch wirklich sich Gedanken macht was man dem Raid auch bringt hast du schon recht Interessante Sichtweise dann hat man halt noch so ein Tank in Petto einfach genau wenn der Tank aus irgendeinem Grund im Anfang des Raids stirbt oder was auch immer und irgendwie nicht wiederbelebt werden kann kannst du dann noch die besonders bei der letzten 10% Phase zum Beispiel der Tank stirbt weil ein Heiler gerade keinen richtigen Zauber hatte obwohl die Heiler noch Mana haben du gehst in den Bär rein und kannst vielleicht noch die letzten 10% überbrücken wenn das natürlich gleich am Anfang passiert bei 90% oder so da braucht man sich keine Illusion machen echt interessant da bin ich auch mal gespannt wie sich so die Meta verändern wird da gibt es ja schon da bin ich echt mal gespannt ob so Retri-Paladine Shellos, Fels und so weiter ob da echt ob die mehr eine Rolle spielen werden in vielen Gilden das finde ich echt interessant da bin ich echt gespannt drauf wirklich haben wir noch eine Frage hier Frage zum 46er Stab wie viel ist der denn wert im Aha das kann man also was kann man sich da ungefähr darauf einstellen wenn man den kaufen möchte also da ich die Spiele-Community aus Retail kenne wird es viele Leute geben die den Stab aufkaufen wären und zu etopischen Preisen in meinen Zaha stecken kann weil bis zur Düsterbruchphase kann es gibt keinen besseren Stab es gibt zwar ein paar Alternativen mit einem Einheitsstreikkolben und einem Bücherding aber wirklich Nonplusultra ist der Stab und ich schätze der wird zwischen 100 und 300 Gold im Aha verfügbar sein ja also für 300 Gold ist so meine Schmerzgrenze würde ich gehen aber für mehr dann scheiß drauf nehme ich den Streitkolben der ist nur 30% schlechter oder so und das Bücherband dazu ah ok ok interessant weil 300 Gold 100 Gold sind im Classic wirklich schon ein Vermögen Weihnachtungstag ja ähm was meint er denn mit bis zum Maximum hinaustreiben mit dem Hammer auf Nummer Regan Fragezeichen äh der Hammer aus Gnome Regan kann ich ja kurz posten ich glaube er meint jetzt einfach generell äh was du damit so meinst dass man seine Klasse zum maximalen halt ja dass man einfach versucht das Beste rauszuholen obwohl sie normalerweise eher in der allgemeinen Meinung nicht so gut performt ne das war glaube ich mehr so die genau mit dem Hammer erhöht man halt für 30 Sekunden lang 50% seiner Angriffsgeschwindigkeit also man schlägt ja mit der Katze zum Beispiel jede Sekunde zu wenn ich den Hammer aktiviere habe ich zwischen je nachdem wie das dann äh wow macht 5 Sekunden äh 0,5 Sekunden oder 0,75 was ich für realistischer halte das erhöht halt weil der Weitschaden in Classic halt extrem wichtig ist äh deine Damage einfach mal um 50% mit dem Weit jetzt und man kann sofort wenn das abläuft sofort wieder zünden Nachteil dieser Hammer hat nur 3 Aufladung heißt wenn ein Bosskampf 6 Minuten geht kann man pro Hammer 1 Minute 30 überbrücken wenn man nicht gerade eine Laufphase hat und man müsste rein theoretisch 4 Hammer äh für einen Boss und da sind doch nur die 2 Versuche noch nicht mal mit inbegriffen ein Hammer dauert ca. 8 Minuten zu farmen also vielleicht sollte man äh wie lange dauert einer ungefähr 8 Minuten also man geht aus äh äh jeden zweiten One bekommt man einen Hammer jede 4 Minuten dann kann man diesen One beenden in Knummerigan als Katze Level 60 sind halt 8 Minuten durchschnittlich pro Hammer und für ein Raid brauchst du ca. 10-20 dieser Stück also da kann man so mal rechnen wenn man Raid jeden Tag hat 160 Minuten nur für diese Hammer würdest du euch vorstellen also das wird wahrscheinlich echt willkommen dass in Classic dann viele Druiden den ersten Tag Knummerigan farmen werden und sich überall diese Hammer deponieren werden halt ne? also nochmal zur Erklärung vielleicht nochmal vielleicht Leute manche fragen sich gerade was für ein scheiß Hammer was labern die da? man hat irgendwie relativ spät ähm ich weiß gar nicht ob es dann in Classic ich glaube es war auf Privatserver noch herausgefunden irgendwie vor einem halben Jahr oder einem Jahr keine Ahnung das ist halt eben ein Item aus Gnome Regan ja Level 30er Inni eigentlich Low Level Inni dieser komische Hammer halt ähm für Druiden im PvE sehr sehr stark ist einfach damit wirklich sehr viel Schaden machen ähm und diese diese Hammer haben quasi so eine Fähigkeit wenn man die aktiviert dann hat man für 30 Sekunden glaube ich ne? genau 50% mehr Angriffstempo genau also ihr greift dann einfach unglaublich mit eurer Katze da schnell an ja und dadurch macht der halt einfach mega viel Schaden äh Problem an der Geschichte ist einfach nur das sind quasi also das könnt ihr nicht immer wieder aktivieren sondern die Hammer haben quasi einmalige Aufladungen und also drei Stück und wenn die halt weg sind kann man das halt nie mehr machen dann muss man quasi die Inni neu fahren und den Hammer nochmal neu holen ne? man kann den aber öfter im Inventar haben ja und deswegen werden wahrscheinlich Tryhard Druiden oder was heißt Tryhard einfach Druiden die halt maximal aus dieser Klasse herausholen wollen genau den ja genau meine ich ja ne das muss ja gar nicht immer das gleiche sein stimmt schon ähm sondern die einfach halt Bock drauf haben mit ihrem Feral viel Schaden zu machen ja was ja auch cool ist irgendwie finde ich die werden halt einfach dann Gnome Regan farmen ne? damit dann auch die Leute gerade mal verstanden haben von welchem Hammer wir hier gerade sprechen genau aber kann man auch ohne den Hammer an Hunter und Warlocks rankommen was Schaden angeht? ist ja die Frage noch? kann man auch ohne den Hammer an den Schaden rankommen von den anderen oder? äh also über einen Schamanen kommt man dann immer aber einen Hexter oder Jäger erreicht man dann halt nicht weil das macht ca. 20% des Schadens dann so 10-20% mindestens des Schadens aus also wenn man dann noch nicht mal Powershift macht dann ist man halt auf Niveau man ist immer noch über einen Retri okay aber man muss dann schon mit dem Schamanen Verstärker kämpfen wenn man kein Powershift macht und den Hammer nicht nutzt die armen Retri Paladine wieder ja dann ist man halt auf so ein Level also wenn die gehen wir mal von der 1500 machen Trigger 1400 machen Schurke 1000 zwischen 1000 und 1300 sind dann Jäger Hexer und so weiter und man selber ist dann so bei 600 800 und wenn man halt unter den besten DDs fast bei der Hälfte drunter liegt an Schaden finde ich ist man keine Bereicherung des Weights mehr okay weil wenn man Krieger mitnimmt hat man zwei Druiden zum Beispiel dann drinne rein theoretisch und die 3% Crit bringen ja sie sind gut aber sie bringen halt nicht wirklich das sind vielleicht für die ganze Gruppe in der man ist insgesamt 5% mehr Schaden wenn man es mega gut hochrechnet also die jede Klasse dann macht also jeder Charakter das sind dann im Endeffekt 300 DPS im Optimalfall mehr für die Klassen in deiner Gruppe also nicht für die Spieler und ob sich das dann lohnt auf 600 DPS trotzdem zu verzichten muss dann halt der Rate entscheiden also ich hätte kein Problem mit Damage wird eh überbewertet in Classic Rates genau das kommt dann auch auf die Gilde drauf an genau und da gab es noch nicht so ich nehme nur 1500 DPS mit oder so Mist ja da ist es sehr wichtig für 40 Leute zusammen zu bekommen genau Slam Coke kurzer Hinweis an der Stelle ich werde wieder Schurke spielen richtig und Schwertschurke aber heute geht es um den Druiden deswegen ja jetzt noch ungefähr eine dreiviertel Stunde machen wir noch das Druiden Gespräch und deswegen bitte nur Fragen zum Druiden gerade ähm genau ähm so machen wir mal weiter im ja PVE Bereich hier ähm welche ähm Verzauberungen braucht man mit dem Theral 15 je nachdem ob man eine Zweihandwaffe halt hat oder eine Einhandwaffe 15 Aggie auf dem Stab das ändert sich auch beim Tank und beim Vöbel nicht ok bei einer Zweihandwaffe natürlich 25 äh Aggie kein Kreuzfahrer oder ihr Blutdurst oder Lebensraub und sonstigen Mist verzaubern bei wie schon gesagt Procs wirken nicht bei Druiden und wäre nur verschwendetes Gold dann auf dem Helm gibt es ja die äh Buchband der Gier Verzauberung was 8 Beweglichkeitspunkte dazu gibt durch eine Quest die man mal wiederholen kann dann äh für Schultern gibt es ja auch eine Quest wo man 5 Punkte Widerstand gegen alle Magierarten besonders wichtig für Tanks zum Beispiel wenn man Riese Gier oder gegen Zauber Borse kämpft ist zwar nur 1% oder so 0,5% weniger Schaden die man bekommt haben oder nicht haben ist die Frage ja Umhang Beweglichkeit Brust große Werte natürlich Armschiene Ausdauer Handschuhe große Beweglichkeit also da unterscheidet sich wahrscheinlich nicht viel zum tanken genau Beweglichkeit ist halt das Tank Attribut als Katze geht man eher auf Stärke ah ok für mehr ATP und so weiter dann halt ne genau weil Katze profitiert von Stärke deutlich mehr als von Aggie Aggie nimmt man natürlich mit wenn es drauf ist aber wenn man sich entscheiden muss auf dem Gegenstand 10 Stärke 10 Aggie dann nimmt man natürlich 10 Stärke ja eigentlich auch super bitter so ne dass man im Fall keinen Kreuzfahrer davon nicht profitieren kann ja so ein kranker Nachteil irgendwie ne das gab es dann ab B C oder Wird auf Licht King wo es dann wirklich mal Brocken kann ah dann wurde auch Winfury rausgenommen also ja welche Addons brauchen mit dem Feral im Raid jetzt mal abgesehen von den genau die gleichen wie im PvP also da habe ich Waffenschwingtimer weil es wichtig ist man muss auch wissen als Bär kann man keine Potts anschmeißen man muss raus switchen aber da die Bosse ja eh einen 1,5 Schwingtimer zergaben kann man genau diesen Moment abfassen er hat gerade gehittet man switcht raus pottet sich und verwandelt sie sofort rein ah ok aber das muss halt geübt sein das würde ich jetzt nicht auf einmal im Raid versuchen weil wenn der Hit dann durchgeht wenn ihr in Normalgestalt seid könnte das wehtun mehr als der Haie Trank vielleicht gebracht hat ja und sonst halt die gleichen Addons benutze ich wie im PvP also nix irgendwie besonderes oder so im Fall Agro Manager Recount ok dass man das Mana sieht in der Tiergestalt natürlich ist extrem wichtig ok ähm ja welche Konsumables benutzen Farrell gibt es da irgendwelche besonderen oder einfach nur Stärke ATP oder also da ist wieder so eine Sache wollt ihr alles maximal maximieren um noch stärker vielleicht zu sein als ein Hexanjäger der das nicht macht dann gibt es halt Fähigkeiten wie diese Suju dann gibt es gemeine Skopin Haltstoffprobe die die Beweglichkeit für 60 Minuten um eine Stunde Abdeckzeit erhöht ist eine Quest dann Lungensaftcocktail kannst man auch noch nehmen dann kann man noch Reutz nehmen also da gibt es wahrscheinlich auch vier Sachen die der Schurke auch nimmt ne genau zwölf Sachen die man für ein Rate sammeln könnte um das maximale zu win-max da ist natürlich mich dann die Frage wie weit geht man gibt es da auch eine Liste oder so für ja das was ich gepostet habe für Tank und hier da gibt es einen Reiter oben für Konsumbilds das sind alle aufgezählt ah ok ok und da sind auch PVP Konsumbilds aufgezeichnet und so weiter deswegen finde ich die Quad relativ gut es ist zwar nicht alles 100% richtig aber wenn man sich daran hält ist man schon 98% besser als die anderen Truinen ja ähm Smuso schreibt mir Danke fürs Fragebeantworten äh ich habe selber Savile Druide gespielt kurz bevor Burned Couset rauskam Ende WOTLK dann und es war bis dato die Klasse die mir am meisten Spaß gemacht hat in Classic wird sehr wahrscheinlich ein Twink ah ok cool ja cool wie gesagt ähm finde ich doch gut wenn ihr hier heute auch noch einen kleinen Einblick in den Druiden bekommt ähm oder vielleicht auch euch dadurch auch wieder erinnert äh dass ihr quasi auch mal den Druiden gespielt habt und dann vielleicht auch wieder Bock auf die Klasse bekommt ähm genau über den Heiler werden wir gleich auch noch reden Synix ja geht immer nur um Tank und Feral und ja aber Heiler werden wir gleich auch noch machen ähm und Moin Tomo Moin Moin ähm genau welche ähm wie spielt man einen äh Feral Druiden in Five Men Dungeons wie ist das Gameplay wenn wir Level 60 erreicht haben mit einem Feral Druiden wie verhält man sich in der INI also man ist eigentlich da finde ich ist der Druide der Beste wenn irgendwas schief geht der Druide kann die Gruppe wirklich im besten Fall wenn er alles richtig macht immer wieder retten weil wenn der Tank stirbt kann man nunfalls noch tanken wenn der Heiler gerade oben ist oder gestorben ist aus irgendeinem Grund kann man noch heilen man kann Schaden machen man kann die Gegner zuziehen man kann im schlimmsten Fall einen wiederbeleben wenn wirklich jemand verreckt ist man kann eine Anregen geben um dem Mana wieder Mana zu verschaffen man kann abhauen wenn die Gruppe doch stirbt und man sieht man kann nichts machen haut rein ja tschau bis morgen kenn ich mit dem Schurken auch Vanish und AFK ja ok und wie man spielt kommt halt auf die Rolle drauf an wenn man natürlich als Tank dabei ist hat man natürlich weniger zu tun dann kann man nicht gerade mal den Heiler ersetzen wenn man im Bär ist und gerade noch den Mob tankt geht man raus ist man tot aber als CD und als kann man halt die Rollen schnell übernehmen zwar nicht vollwertig aber so dass vielleicht die Gruppe nicht vibet ja als Tank hat man eigentlich nur drei Fähigkeiten Rankennieb Zermalm und dann die Debuffs Aktivheit Feenfeuer und dem Rasieren ist Gebrüll dann noch ein Massen Aoi-Spot aber der hat Abklingzeit nur im Notfall nutzen und wirkt halt nur so lange wie der Debuff wirkt und danach ist die Akku wieder normal äh in Katze einfach Krallenhieb starten dann Klaue beziehungsweise Shreddern je nachdem was geskillt wurde wenn man auf Shreddern gegangen ist macht das enorm viel Schaden das ist so wie beim Meucheln beim Schurken muss man aber hinter dem Ziel stehen ich würde sagen man ist eigentlich wie so ein Schurke oder? wenn man nur Schaden macht ist man wie ein Schurke eigentlich ne? genau man hat aber nicht so viele Fähigkeiten wie beim Schurken das muss man so sagen man hat keinen Blutsturz oder ähnliches aber man ist halt schon so ein halber Schurke der nicht in die Talentbäume reingegangen ist so in etwa ja äh und ja Reinhieb Klauen Schreddern und es gibt eine Diskussion ob jetzt der Fetzen oder Wilderbiss besser ist Wilderbiss einfach machen weil da braucht man nicht drauf achten ob jetzt noch ein God aktiv ist ob wir einen Debuff-Slot verschwenden oder ob der Gegner überhaupt so lange hält dass der Debuff bis zum Ende durchtickt Wilderbiss im schlimmsten Fall macht der vielleicht 1% weniger Schaden aber du machst halt immer den konstant sicheren Schaden musst nicht achten ob der Debuff durchläuft ob irgendwas passiert oder ähnliches oder ob du gerade einen Schadenstopp einlegen musst bei bestimmten Bossen damit nicht gleich um haust oder so ja das ist halt relativ einfach die simple und dann halt wenn man Power-Shift macht immer Energie auf 0 bringen oder fast 0 wenn es unter 10 ist Power-Shift durchführen dann wieder raushauen wieder wenn Energie irgendwann wieder auf 0 ist oder zwischen 0 und 10 wieder Power-Shift machen und so weiter um dann immer wieder Energie auf unendlich zu bringen aber nie mehr als 40% ausgeben weil in solchen Notsituationen wo du dann mal heilen musst und du hast kein Mana mehr dann bringt dir der Druide auch nichts ja 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 interessant hier schreiben einige gerade noch von wegen Feral äh hier der Pain-Gain als Feral ist schon hart und dann trotzdem immer nur noch so knapp oder oder so weit hinterm Schurken oder Magier ja aber der Schurke kann halt nicht tanken der kann nicht heilen ich glaube das ist mehr auf den Weight bezogen gerade so genau ja ja genau ich glaube das ist auch gar nicht so gar nicht so negativ gemeint sondern einfach nur vielleicht mal die Frage an der Stelle natürlich da muss man glaube ich einfach dann sich mit abfinden so ne dass man einfach sehr sehr also sehr viel Aufwand betreiben muss ne das ist halt wenn man als Feral wirklich konkurrenzfähig ist wenn die Gilde sagt okay wir nehmen trotzdem mit da brauchst du nicht so viel investieren passt ja aber ich möchte halt nicht eine Belastung sein man muss einfach so sagen wenn man jetzt wirklich nicht dieses Hard Quinding betreibt zumindest nicht mit dem Helm und mit dem Hammer ist ein Druidem ob man jetzt die Buffs braucht hier die Consumables ist ne andere Frage aber diesen Hammer und den Helm um wirklich konkurrenzfähig zu sein und keine Belastung Leute jetzt mal ohne Shit ich hab auf diversen Privatsverbanden mit Feralds geradet ne also wir hatten immer so ein, zwei dabei die auch echt gut waren und die sind ohne Hammer zum Teil bei manchen Bossen schon wirklich abgegangen vom Schaden her ohne Hammer schon genau das ist halt ein bisschen unterm Jäger und Hexern reicht sie halt nicht teilweise haben die echt sogar die Schurken fast eingeholt manchmal ja aber ich geh jetzt mal davon aus dass die genauso gut sind auf dem Level dass es natürlich Schurken gibt die ja nicht alles auf Max bringen ach so meinst du das genau ne also auch schon mit Schurken die relativ gut waren eigentlich ne ich meine nur also ich bin echt gespannt drauf was die Feralds mit dem Hammer machen können also da bin ich echt gespannt drauf also da wird glaube ich schon was gehen ja ähm ich finde wenn Feralds gut ist heißt es nur dass der erst echt schlecht ist ich will niemanden blenden ja ja Cruelcrime wie gesagt ich weiß was du meinst so klar wenn jetzt ein Feral in einem Raid komplett rasiert und alle anderen viel weniger Schaden machen dann ja aber es gibt auch Raids wo wirklich wirklich gute Leute dabei sind so und auch wirklich wenn der Feral wirklich Ahnung hat kann er schon auch mal bei manchen Bossen ich weiß nicht genau bei welchen Bossen das dann irgendwie so ist aber zum Beispiel bei ähm 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 Flame Gore glaube ich waren die Feralds immer relativ weit oben ich weiß nicht hängt es auch von den Bossen ab irgendwie also gibt es da irgendwie so eine Regel ist es eher ein kurzer Kampf für ein Feralgut oder eher ein langer Kampf also alles was circa auf zwei Minuten drei Minuten kommt da kann man sogar viele Klassen schlagen weil das ist die Phase bis das Mana so down geht ohne Dämonikrone und so weiter wenn man die benutzt hat kann man auch drei Minuten halt erreichen zwei Minuten ohne erreichen bis das Mana down geht in diesen ersten zwei drei Minuten ist man meistens sogar über alle anderen Klassen weil du hast unendliche Energie stell dir mal einen Schurken vor der jede zwei Sekunden also für zwei Sekunden Zeitopferung die Byte jetzt passieren ja trotzdem aber wieder unendliche Energie hat du haust alle Fähigkeiten raus drückst auf die Taste bam 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 Powershift wieder bam 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 Powershift wieder bam 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 Powershift wieder bam 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 Powershift und Powershift ist nur ein global CD den man halt opfert Byte jetzt werden ja nicht mehr reduziert weil man geht rein und sofort instant wieder äh also raus und sofort wieder rein in die Gestalt es geht halt nur so lange bis man Mana hat wenn das Mana alle ist dann ist natürlich damit und dann fällt man halt wieder unter den anderen Klassen weit zurück und ganz ehrlich Leute also wenn wenn eure Gilde gut ist so und ihr dann Molten Core cleart also die Bosse werden zum Teil echt nach einer Minute umköppen oder so ne ähm von daher es kommt dem Ferry ja eigentlich auch gelegen ne und der Mensch schmiert daher wenn die Kämpfe nicht mega lange dauern ne aber man geht ja vom Patchwork sogar 5 Minuten aus und da merkt man halt am Anfang kann man da mit 1400, 1600 TBS dabei sein und danach ab der zweiten, dritten Minute siehst du nur auf wie das Damage wieder runter geht ja gut im Naxxrama sieht die ganze Geschichte natürlich noch mal ein bisschen anders aus auf jeden Fall ja gut wir machen mal weiter ja der Schock ist halt ein guter Boss um zu zeigen was passiert wenn da keiner sich halt bewegen muss da stehst du ja nur hinter dem Boss und haust auf ihn drauf ja ja gut wir machen mal weiter ja aber wir haben noch ein paar Themen am Start heute der Druid ist wirklich sehr umfangreich ne ich denke das merkt ihr auch gerade schon also der Druid hat einfach so viele verschiedene Möglichkeiten äh hast ja auch schon vorher gesagt äh 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 Sticker ne da gibt es einfach so viele Themen genau da gibt es auch tausende von verschiedenen Skillungen ja Mojo äh ich weiß auch aber glaub mir wenn die Raids richtig Gier haben ähm dann ähm werden die Bosse zum Teil wirklich so runtergeballert da wundert man sich wirklich manchmal ja finde ich auch manchmal nicht so cool aber ist halt leider dann auch irgendwann so wenn die Leute echt Gier haben dann schmelzen die einfach so dahin ähm warum muss man denn auch immer im Recount an erster Stelle sein der Druide hat doch auch so viel zu bieten oder so viel Utility ähm auf jeden Fall easy klar äh aber ähm es geht jetzt auch in dem Gespräch einfach darum was halt möglich ist einfach so ne dass die Leute auch eine Vorstellung davon haben was man überhaupt erreichen kann bedeutet natürlich nicht was wir damit sagen wollen ihr müsst es auf jeden Fall so machen ne klar da hast du auf jeden Fall recht ähm genau die nächste Frage wäre dann ähm ja wie spielt man denn einen äh Feral im 40 Mann Raid und gibt es da irgendwelche besonderen Eigenschaften ne einfach nur ganz normal entweder man Keat vom Raid Leader gesagt ob man bei dem Boss jetzt off tank ist oder nicht bei bestimmten Ads oder so dann passt man sein Equip an wenn man jetzt nur als CD dabei ist dann spielt man einfach lässt ein bisschen antanken weil besonders am Anfang der Phase ist selbst das Agro Problem weil der Druide halt extrem viel Schaden in der Anfangsphase rausholt wenn er da schon Power Shiften betreibt ja aber wie auch der Schurke hat der Druide auch Fähigkeiten in Katzengestalt um die Akku zu reduzieren die kosten zwar viel äh Energie aber wenn es unbedingt notwendig ist kann er dadurch auch die Akku reduzieren ja und sonst einfach man benutzt da halt überhaupt keine Dots Kreienhieb fällt komplett weg wegen diesen Debuff an Zahl die man nur haben darf in Classic man arbeitet eigentlich nur noch mit Schreddern wieder bis Schreddern wieder bis Schreddern wieder bis und macht halt Power Shifting dazwischen deswegen bin ich eigentlich so froh dass es noch was anderes da gibt dass man dann noch Power Shiften Mana Pods einspeißen muss weil sonst wäre es mir zu langweilig wenn ich immer nur die eine Taste haue und dann die Aufnahme die andere und dann jetzt wieder dreimal die eine und da ist Power Shifting halt schon angenehm also ähnlich wie ein Schorker einfach hinterm Boss stehen und reinballern genau und dann halt ab und zu jede drei Sekunden also jede Minute 30 die Waffe tauschen weil die nicht mehr aktiv ist und so weiter bei den Bosskämpfen dann genau und halt was auch noch vielleicht wichtig wäre dass man natürlich auch äh den Battle Rest immer mal wieder machen muss auch ne wenn es halt gewünscht wird vom Raid Leader ne genau und Anregen an die Heiler man kann natürlich Anregen auf sich selber geben aber wer das macht nur um ein bisschen mehr Schaden zu machen der hat dann im Moment doch nichts zu versuchen es ist so Weihnachtungsnacht ja ok weil das ist eigentlich die Hauptfähigkeit vom Perville du kannst jemandem extrem viel Mana wieder geben und das jede drei Minuten ja ok ähm gut jetzt vielleicht mal zu einem anderen Thema was auch viele wahrscheinlich interessieren wird äh mal nicht so aufs PvE, PvP bezogen sondern einfach äh wie farben man mit dem Feral Gold gibt es da irgendwelche besonderen Taktiken genau da habe ich ja auch gesagt mit der Schwimmgestalt äh es ist ein sehr also tut mir leid es ist jetzt nur für die edle GIL äh edle Fraktion der Horde möglich gibt es eine Möglichkeit als Druide in Desolace äh wie nennen sich Krebse zu farmen ich poste die einmal das ist schon ab Level 35 man kann es mit 25 anfangen aber da sind die Mobs halt auf Level 30 32 könnte schwierig werden äh und da kann man halt schon auf Level 35 locker 15 bis 25 Gold die Stunde fahren was auf dieser Stufe meiner Achtung nach ein Vermögen ist ähm wie genau ab welchem Level kann man das machen? äh ab 35 kann man es in also ab 35 erreicht man ca. 15 bis 25 Gold die Stunde und davor kann man es zwar auch machen aber da sind halt Mobs im Wasser die man zwar nicht killen muss aber die durch dieses niedrige Level automatisch gepult werden selbst wenn man weit davon weg schwimmt ok und was macht man da jetzt genau? was farbt man? genau äh wie es auf der Karte zu sehen ist wenn du es auf hast weiß ich jetzt nicht so warte einen Moment ja aufmachen hier Momentchen 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 Fisch in the Bucket ja? genau Momentchen also selbst auf dem Privatserver haben das sehr sehr wenige gemacht also ich hatte da eigentlich immer Freezone aber ich wollte es auch bis jetzt nicht so bekannt geben weil es bringt nichts wenn dann da 3-4 Leute das gleiche machen ok jetzt habe ich es offen ja ja also da sieht man jetzt unten links welche Punkte im Wasser befinden sich halt Käfige da drin befinden sich die Shellfische das sind solche Krabben wenn man 5 Stück davon hat kann man die beim Questgeber immer wieder abgeben und man kriegt 55 Silber man erreicht ca. jede je nachdem wie gut man ist und es schafft keine NPCs zu poolen jede 10 bis 20 Sekunden so ein Käfig da drin ist 1 bis 2 solche Dinger zu 88% Wahrscheinlichkeit heißt jede Minute kann ich die Quest abgeben das wären im schlimmsten Fall jede Minute hochgerechnet auf eine Stunde sind das 60 mal abgeben mal 55 Silber 60 mal abgeben mal 55 Silber durch 100 sind das bis zu 33 Gold man macht natürlich noch eine Pause man muss auch noch zum Questgeber geben und das abgeben wenn man ein Inventar vorher hat also geht man halt von 15 bis 25 Gold aus wenn man dann noch Glück hat in diesem Käfigen kann auch eine Angel droppen die ist auf dem Privatserver ich weiß nicht wieviel die dann auf den Classic Servern wert ist da aber mehr Spiele unterwegs sind deutlich mehr wert schätze ich mal 10 Gold waren die auf Privatserver wert weil das die beste Angel Route ist die man so bekommen kann mit ok kranker Shit ey vor allem auf Level 35 so viel Gold zu farmen ist schon geil ne wenn man irgendwie Probleme hat genau aber guter Tipp leider man bekommt halt keine XP das muss man sich auch eingestehen also wenn man das während der Levelphase macht macht man in den 2-3 Stunden wenn man das Gold farmt natürlich auch so gut wie keine XP zwar ein paar von den Mobs die man außerdem poolt aber es ist ja nicht das Ziel die Mobs zu killen sondern diese Käfige aufzumachen jetzt ist hier die Frage gerade äh geht das Farmen nur mit dem Droiden oder äh geht es nur also ist der Droide einfach nur schneller oder kann man das genau da es tief unter Wasser ist äh ist die Wassergestalt vom Vorteil man braucht keine Luft mehr und in der Wassergestalt ist man 50% schneller das heißt es würde mit allen Klassen gehen aber nur mit dem Droiden macht es wirklich Sinn so eine Art ne genau wenn man jetzt runter geht 50% langsamer im Wasser äh von 15 Gold bleiben noch 7,5 Gold dann im schlechtesten Fall und im besten Fall 15 Gold übrig und man muss halt immer wieder an die Oberfläche wenn man diesen Stab nicht hat der dir Sauerstoff gibt immer wieder an die Oberfläche was nochmal den Preis reduziert also für 15 Gold würde ich dann diese stupide Farben nicht machen aber wenn man halt auf Level 35 ist und man Gold braucht macht man das 2 Stunden und man hat dann fast 50 Gold gefahren die Angeln würde ich dann später verkaufen wenn auch wirklich Gold im Umlauf ist und dann kann man nochmal bei einer Stunde findet man 4 oder 5 solche Angeln aber die habe ich jetzt in diesen Goldpreis noch nicht mit eingebracht aber es geht nur auf hoher Seite das ist auch wichtig genau weil die Quest nur auf hoher Seite abgegeben man kann die Sachen auch aber man kann sie nirgends wagen also also ich poste die Quest nochmal vor euch rein ja wenn ich das speichern möchte gönnt euch ich mach mal wieder zu es leckt schon wieder die Seite hier interessant wenn man zweimal hier diese Belohnung den Fisch kriegt man ja auch noch ist aber meiner Achtung nach nur Müll kann man zwei dieser Fische noch bei einer anderen Quest abgeben aber da kriegt man dann Mitriärz und dickes Leder und noch irgendwas Stoff oder so Magistoff glaube ich aber da ist die nur einmal abgegeben es wäre natürlich noch besser wenn man es da auch noch ins Unendliche treiben könnte man gibt dann 200 dieser Fische ab und kriegt dann noch 300 Mitriärz oder so ja das wäre aber zu viel Lull aber für Low Level kann ich diese Farmen zur Sache halt nur empfehlen genau jetzt wurde gerade noch angemerkt von wegen dass man ja Untoter sein könnte oder das Noggenfogger aber dann würde einem auch die Geschwindigkeit von der Form fehlen wahrscheinlich man kann ja natürlich auch die Tränke nehmen es gibt ja einen Trank was Wassergeschwindigkeit aber dann reduziert man halt seinen Gewinn das meiste was man da raus hört ist halt Wassergestalt bei das kostet nichts man reduziert nicht den Gewinn man erhöht ihn nur aber das andere ist halt Zusatzding bei anderen Klassen was halt den Gewinn schmälert deswegen als Druide kann ich es empfehlen als Nicht-Druide kann man es machen aber da gibt es deutlich bessere Möglichkeiten meine Achtungsnacht Coolcrime ich kann einen Punkt füllen ja soll man machen auf Maximalstufe kann ich dann halt nur empfehlen Steelruns mit entweder nur Druiden oder zwei, drei Druiden oder einen Schurke mitnehmen und dann halt nur die Bosse fahren weil die Waffen die ja manche Bosse trocken können sind fünf bis sieben Gold wert wenn man dann noch den sonstigen Nut mitnehmen kann man da auch auf 50 bis 100 Gold die Stunde kommen Danke äh Prämix ne ich werde keine Beta mehr spielen die ist morgen eh wieder vorbei heute haben wir das Druiden Special hier und wenn ihr noch Fragen zum Druiden habt dann gerne rein in den Chat damit ähm okay wir machen weiter ähm welche zusätzlichen Aufgaben beziehungsweise Verpflichtungen hat man als Feral in einer Gilde also nicht mal als Feral als Druid überhaupt also wenn man nicht gerade als reiner Heiler dabei ist da sagen die meisten Gilden halt okay du bist nur Heiler aber wenn man jetzt irgendwas anderes eule muss man sich bereit machen auch zu heilen wenn man als CD dabei ist auch als Tank zu agieren oder wenn man als Tank dabei ist auch als CD zu agieren und im schlimmsten Fall je nach Gilde kann es halt auch sein dass man dann auch noch heilen muss aber ich finde das ist kein also negativer Punkt sondern weil du ja alles übernehmen kannst dafür spielst du ja die Klasse das ist meine Ansicht ja sonst würde ich ein Schurken spielen wenn ich unbedingt nur Schaden machen möchte und immer nur auf Platz 1 sein möchte ja ja das ist dann so meine Ansicht der Dinge nein aber ich weiß was du meinst ähm genau das heißt wenn man das schon spielt sollte man auch damit ja das ist die Stärke von Druiden er kann alles Druiden nichts richtig aber er kann alles dann sollte man da auch Bock drauf haben ne das sind halt auch viele Sachen das ist dass dann vielleicht auch mal einer fragt ey kannst du heute mal tanken oder kannst du mal heilen ne und dann halt ja nicht dass man jedes Mal dann umspeckt für jeden Haunt der jedes Mal will aber also man kann ja nicht von jedem Typen mehr verlangen dass er schon bei 50 Gold angelangt ist und dann einmal hin und zurück specken muss aus seiner eigenen Tasche also entweder ist halt dann alle Gemeinschaften die jeder gibt sagen wir mal 80 Silber genau das meinte ich auch gerade ich meine das nicht damit dass ihr euch damit ähm zum absoluten äh Opfer machen sollt und äh immer wenn einer kommt ey tank mal direkt dann umskillen und so weiter aber ich meine halt generell dass man vielleicht aufgeschlossen sein sollte generell ne auch mal andere Sachen zu machen ne ja ok ähm ok dann äh machen wir mit dem Tank ähm Druiden weiter ja der kann ja auch in großen Teilen schon Übereinstimmungen mit dem ähm ähm äh Feral hat oder mit dem DPS Feral eigentlich ähm ähm welche Berufe sollte man mit einem ähm ähm Tankdruiden nehmen wahrscheinlich auch keine besonders anderen ne genau verzauberer das Schmuckstück halt danach kann man umskillen dann würde ich halt auf Eiche gehen weil du brauchst so viele Pots wenn man LCD unterwegs ist da kann ich Eiche nur empfehlen bringt halt eine Menge Geld ja verzauber halt nur wenn man wirklich das Schmuckstück haben möchte einmal kurz hochleveln dann wieder löschen man kann auch Lederer machen wenn die Gille unterbesetzt ist gibt es tolle Lederrezepte besonders für Resigier was man dann für den Wait reinbringen kann aber ja im Endeffekt bringt das nicht so viel Geld wie in Alchides oder Verzauberungskunst äh Verzauberer kann man auch lassen dann weil das bringt auch gut Geld wenn man viele Rezepte hat ja äh hier wird gerade gefragt von Hex was ist der Typ im Teamspeak auch in der Gülde also wir sind im Discord gerade aber äh Seeker du bist in der Hordengülde glaube ich ne? natürlich auf die nicht die einzige Fraktion die es gibt der ist einfach nur Opfer ja er ist quasi in der in der Community drin aber nicht in der Alligilde sondern in der Hordengülde ja genau jeder Feral ist verpflichtet mir mein Epic Mode zu farmen ah Mojo ok ok wissen wir Bescheid ok ähm ja welche Addons brauchen wir mit dem ähm Krieger ähm Krieger boah die Liste hier da steht halt noch Krieger drin von der Kriegerfragerunde welche Addons brauchen wir mit dem äh Feral Tank die gleichen wie beim Feral also da ändert sich überhaupt nichts ok man braucht Mana Biken und so weiter und jetzt wo ich gerade das mit Gold gehört habe äh das ist auch noch ein Vorteil zum Krieger je öfter ihr natürlich vibet oder wait Tage mit habt die Reparaturkosten von einen Truinen sind deutlich geringer als von einem Glattenträger hm und eure Waffe müsst ihr nicht reparieren weil ihr schmeißt sie eh nach einer Zeit wieder beim Händler weg ja gut wenn man jetzt mit dem nur mit dem Hammer rumrennt halt ne also ja ok ja auch die Waffe wird nicht beschädigt außer man stirbt weil man ja mit der Waffe nicht zuschlägt ja aber aber mit dem achso ah ok aber mit dem Tank wird man ja den Hammer nie tragen ne äh am Anfang kann man den benutzen für die ersten 30 Sekunden für Agro ne ok weil dann macht man mehr Agro als ein Krieger ja gut aber äh jetzt im Fall der Fälle wird man dann den nicht tragen ne ne brauchst du nicht unbedingt also wenn du wirklich gut equipt bist und die DD ist nicht deutlich besser dann kann man als äh Dudu Tank auch so die Agro halten aber wenn man halt natürlich jetzt mal zeigen will hier Krieger du kannst die Agro nicht halten dann kannst du natürlich das mal nutzen ja verstehe ich auch Spaß natürlich in richtigen Welt sollte man das jetzt nicht machen ja äh äh hier wurde gerade gefragt wo man sich Ellons äh holen kann kannst du mal auf der Seite hier vorbeischauen ja ähm ähm ok welche ähm äh Verzauberungen brauchen wir mit einem Tank mit einem Feral Tank gibt es da irgendwas besonderes oder da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen einfach sehr viel Aggie ne genau da haben wir vorhin schon also Aggie genau wie bei der Katze meistens auch die Aggie Verzauberungen die besten sind obwohl man mehr von stärker profitiert aber die Aggie Zauberungen sind halt zahlenmäßig meistens höher aber sonst Aggie Ausdauer ist das was man verzaubert eigentlich ja ok ok und wie gesagt die Waffenverzauberungen sind ja eben nicht relevant weil man eben keine Procs hat und ja ja ähm ja welche consumables brauchen wir mit einem Feral Tank gibt es da irgendwie was anderes genau die gleichen fast also natürlich jetzt hier zum Beispiel schwarzer Rumsee braucht man nicht gerade als Katze weil es die Ausdauer erhöht dieses alkoholische Getränk aber als Tank kann man sich das einwerfen aber sonst eigentlich fast das identische das ist der Vorteil wenn man halt als Katze und Tank sind die Kommunen sind fast das gleiche da gibt es natürlich Unterschiede wenn da natürlich ein Ausdauer-Essen gibt statt Aggie nimmt man natürlich lieber das Ausdauer-Essen währenddessen aber sonst sind die Konsume zum Glück das gleiche und gibt es da irgendwie auch viele Übereinstimmungen wie mit einem Krieger also benutzt man auch diese komische Rüstungspot oder braucht man die gar nicht mehr weil man so viel Rüstung hat oder äh ne außerdem bei Rüstung spätestens ab der dritten, vierten Phase hat man so viel Rüstung dass man schon Talente irgendwo rausnimmt um die Rüstung zu reduzieren weil man sonst auf 75% ist und alles was über 75% ist ist verschenkt oh ok also ab Nackt des Rahmas hat man dann eigentlich spätestens das Läder erreicht wo man dann schon aufpasst dass man Schmuckstücke austauscht die Rüstung geben um es nicht sinnlos zu machen ok interessant ok aber natürlich nur wenn man das Best in Slot hat also was wirklich überall Rüstung drauf hat ja ok gut ähm Synex fragte gerade noch wieso die Rüstung dann verschenkt wäre wenn man zu viel hat ähm man kann in Classic mehr als 75% Rüstung erreichen das Problem ist bloß ähm realistisch absorbieren tut man nur also man kann den Schaden nur um 75% reduzieren alles was drüber ist ist verschenkt ich bin ja an den Mic vielleicht dran was nice also ein bisschen nur im Spiel wird vielleicht angezeigt dein physischer Schaden wird um 80% reduziert aber nach der Mechanik die also den Code den Blizzard benutzt geht nur 75% also wenn 100 Schaden reinkommen 75% weniger kommen noch 25 bei dir an wenn du 80% in dein Inventar stehen hast Rüstung reduziert um 80% das ist aber sehr schwer zu erreichen äh kommt immer noch 25 Schaden bei dir an mehr als 75% kann man nicht reduzieren egal was man für eine Rüstung hat das erreicht aber ein Krieger nicht aber ein Druidentank erreicht das halt und von wie viel reiner Rüstung reden wir hier also wie viel äh ne 21.855 Entschuldigung und so viel erreicht man echt mit dem Fall ja ja also da muss man aber auch noch den Buff vom Schaman reinziehen wenn der krittet erhöht er deine Rüstung nochmal 50% aber da zählt zum Glück die erhöhte Rüstung vom Druiden wieder rein hast du also 16.000 schon deswegen habe ich die 16.000 im Kopf plus 25% und dann bist du schon knapp an deinem Cap ah ok weil immer wenn ein Schamane oder ein Priester hatte ich glaube auch ein Kritt macht mit seiner Heilung erhöht sich die Rüstung auf das Ziel wo der Kritt war um 25% ah ok hm verstehe ja ist dann für die für die Hordenspieler auch relevant ne ja aber das kann ja auch ein Priester zum Beispiel auf Allianz Seite ah ok und da gibt es ja auch noch den Rüstungsbuff vom Parler hier diese Aura und so weiter also so schlimm ist es nicht und SDK ist auch nicht zu unterschätzen ok ähm will ich das nicht annehmen hier habe ich schon noch ähm gut mhm hier wurde gerade noch gefragt gibt es auch Rüstungsentschanz ja oder? sind die auch relevant? wie bitte? also verzaubert man sich auch Rüstung auf den Gier oder eher nicht? ich meine da gibt es auch Rüstungsentschanz oder? ne äh das bringt nichts nur reine Rüstung die also nur das was in den Slots angelegt ist wird durch die Bärengesteit erhöht wenn man jetzt noch einen Entschadensstraf macht mit Rüstung wird das nicht mit dem mal 4,6 genommen sondern nur das was man durch das Talent äh dickes Feld zum Beispiel bekommt 10% aber das ist kein Wert und da sind 100 Rüstung durch irgendeinen Charge oder 300 nichts wert weil es macht beim Tui nicht mehr wirklich so eine Aussage das sind dann gleich 0,01% mehr physischer Schaden die man absorbiert ah ok ok ähm gut nur noch die Frage wie es mit ähm Verteidigung ausschaut braucht man auch Verteidigung als Feral Tank das ist der einzige Grund warum der Krieger ja ein besserer Tank ist er kann Crit und Quash immun werden durch sein Blocken und sein Parieren ein Truide kann nicht parieren kann nicht blocken deswegen ist Verteidigungswertung nicht so wichtig wie beim Krieger weil Verteidigungswertung erhöht nur dass der Gegner äh äh der Boss vielleicht öfter verfehlen oder dass ich besser ausweichen kann aber durch Parry wird nicht erhöht und Blocken wird nicht erhöht deswegen ist Verteidigungswertung nett auf der Rüstung zu haben aber man kann zum Beispiel niemals Crit immun werden oder Quash immun also Crit immun kann man werden wenn man sich wirklich drauf fixiert und wirklich nur Rüstung nimmt wo Verteidigung drauf ist dann noch die Enchantments drauf aber das hat nicht den Sinn das lohnt sich überhaupt nicht dann verliert man so viel Rüstung und andere Attribute dass es sinnlos ist das heißt wenn man Crush immun werden könnte wäre der Druide der bessere Tank oder wie? äh gegen physische Bosse auf jeden Fall gegen magische Bosse hat der Krieger halt ein bisschen mehr und auch die Fähigkeiten wie Schildwahl und sonstiges was den Schaden reduziert der Druide hat Baumrinde und dann hat er keinen Skill um irgendwie Schaden zu reduzieren für eine bestimmte Zeit also er wäre dann sagen wir mal wirklich auf fast das gleiche Level wenn es das gäbe das gibt es ja dann ab Burning Crusade ab dem Punkt wird ja auch der Druide Tank der beste Tank wenn es geht um Bosse zu tanken die nur für diesen Schaden austeilen ja weil er einfach nicht down geht so gefühlt genau und durch die Mega-Rüstung und er kriegt halt konstanten Schaden dann rein wenn er kritisch immun ist genau ich meine mich auch daran zu erinnern dass wir zum Beispiel auch Gruhl immer mit einem Druiden Tank gemacht haben genau oder mit Schurken mit 100% ausweichen aber das kenne ich noch nicht da gab es das am Ende des Weight Contents also wo Grupp dann aber wieder uninteressant wurde Schurken 100% Eggie fast erreichen konnten und dadurch konnte der Bosse die Schurken halt nie umbringen krank ey okay kann ich noch nicht okay aber gut das Burning Crusade wird noch ein paar Jährchen dauern ja vielleicht in 2-3 Jahren können wir uns dann darüber nochmal unterhalten ähm gut ähm genau wir machen mal weiter hier ähm ja wie spielt man den Tank Feral in einer 5-Mann-Inni kann man das irgendwie so sagen wie spielt man den es gibt nur 3 Fähigkeiten also da ist der Classic relativ beschränkt im Gegensatz zu Witte zum Beispiel es gibt Zermalm es gibt Brankenhieb und dann die Debuffs die man auf Gegner macht damit die entweder weniger Schaden machen oder deine Belize mehr Fehlfeuer zum Beispiel um die Rüstung zu reduzieren und das war's schon man fängt gleich noch an mit Mondfeuer und Insektenschwamm zu pullen wenn man eh keine Wut mehr hat um dann schon mal ein bisschen Aggro zu haben und den Gegner zu einzuziehen aber sonst und Verjüngen halt drauf Verjüngenfeuer auf sich selber casten ist halt auch ein mega Aggro Schub wenn man in den Bär reingeht weil man kriegt Schaden die Heilung kommt man kriegt die Aggro die durch die Heilung beursacht wird stimmt war nicht schlecht so kann man halt Massen von Gegnern fünf Leute oder so erst mal zu einen ziehen und der Highlight ist ein bisschen entlastet wollte ich gerade mal fragen ich hab immer noch so das Bild im Kopf dass ein Druid ein guter AOE-Tank ist ist das wirklich so? hat ein Druid eine AOE-Tank? in Classic ja, Brankenhieb halt hat sechs Sekunden CD aber in Classic wirkt das nur auf drei Ziele also das was man anvisiert und noch drei weitere und wenn man vier tankt okay aber soweit es mehr ist wie bei Onyxia hier diesen äh diese kleinen Drachen die in den Phasen die Welpen ja genau die Welpen äh da ist kein Druid er gut also er kann vier an sich verbinden oder maximal acht wenn er sich immer neu positioniert aber spätestens dann ist Ende also da ist ein Druide mit naja Krieger mit Dollar mit dem genau dann braucht halt nicht wirklich wenn man gut equipped ist und keinen CC muss dann kann man halt vier Mobs gleichzeitig denken auf einen macht man Totenkopf und der Rest fällt dann nach und nach umspätestens dann hast du halt genug Agro ja cool hm okay ähm ja man nimmt halt Ausrüstungen wo Dodge schon automatisch drauf ist davon gibt es zum Glück viele Ausrüstungen mit Leder oder Amulette wo Dodge drauf ist und das nimmt man halt man erreicht am Ende im besten Fall so 30% Dodge was ja dann insgesamt 30% weniger physische Schaden ist der gar nicht erst reinkommt und der Restliche wird dann halt um 75% im besten Fall reduziert wenn man dann späteres Equip hat obwohl man dann auch meistens nicht mehr waden geht ja wie spielt man den Tank Troiden im Raid da dann auch gerne nochmal drauf eingehen inwiefern weil du meinst du willst vielleicht sogar Main Tank oder so machen ne genau welche Bosse kann man denn überhaupt tanken oder welche kann man nicht tanken kannst du dann im Nachhinein auch nochmal drauf eingehen aber erstmal wie spielt man den generell im Raid äh eigentlich man legt das Gier des Tanks an fängt als Katze an und macht Schaden wenn man dann irgendwie eine Phase hat wo man abtaunen muss oder ähnliches ne ne ich meine jetzt wirklich ich meine jetzt wirklich wenn du auch tankst ne also wenn du nur tanken mitkommst so eine Art ne dann anfangen nachwachsen auf einen selbst weil dieses Akro am Anfang ist nicht zu unterschätzen dann in die Gestalt switchen damit man dann schon mal 10 oder mehr Wut hat je nachdem was für ein Set oder Rüstungsteile man hat also 10 Wut hat man dann meistens immer dann geht man ran macht den ersten Hit kann sofort ein Zermalmen machen das ist auch der Vorteil äh der Druiden der macht halt kaum White Hits weil sein Zermalmen halt ne Fähigkeit ist der den White Hits in ne Fähigkeit verwandelt und dadurch ist er auch durch die Streifmechanik nicht so belastet wie ein Krieger der 1,6 Sekunden Schwingtime oder so du kannst halt wenn du den Boss tankst nur durch Fähigkeit durch gelben Schaden deinen Schaden raushauen und da ist er durch die Streifmechanik nicht belastet wie der Krieger ah ok aber sonst ist halt ganz einfach Zermalmen Krankenhieb auf Abklingzeit Feenfeuer und Demoralisierungsgeprö wenn kein Krieger dabei ist der das geskillt hat aber sonst ist die Spielweise halt man steht rum macht die Moves oder die Tänze die der Boss verlangt und das war's ja und jetzt vielleicht nochmal welche Bosse kann man tanken und welche nicht welche Innis auch kann man das so sagen Moltencore, BWL, Akku, Naxx so macht der Feral Tank Sinn und wo er nicht kann man das so allgemein auch sagen in jedem Raid gibt's einen Boss der halt fast nur physischen Schaden macht da kann der Feral Tank bei Bossen wo er halt hin und her switchen muss auch aber eine ganze Instanz wirklich durch tanken in Gear was man halt für diese Phase hat wenn man den Raid anfängt ist schwierig muss man einfach so sagen welche Innis wäre die problematischste für einen Feral Tank also da würde ich eher Scholemans denken wenn man hier die Bosse also wenn das auf Harmstatus ist gibt's keine mehr aber wenn man die anfängt Instanzen zum Beispiel Scholemans wenn da viele Caster sind das geht ein als ach so ne ich meinte jetzt im Raid im Raid also wir reden jetzt echt nur noch vom Raid gerade genau welche Raids also Moltencore, BWL, Akku na man kann alle tanken aber nicht als wenn man wirklich nur Truinen Tanks dabei hat wird's schwierig wenn man das Geh nur von diesen Raid Instanz hat dann kann man keine Instanz komplett durchtanken also keine Raid Instanz das muss man ehrlich so sagen wenn man das Equipment nicht gerade schon besser hat als diese Raid Instanz eigentlich am Anfang hat ist es nicht möglich ja also da müssen die Heiler schon mega auf Max Health und die DDs schon Max Health spielen wovon ich aber nicht ausgehe keiner macht bin Maxing mit 40 Leuten und jetzt da ist ein Krieger halt besser da muss man einfach so sagen ein Krieger kann also jeden Boss tanken ein Druide kann nur Bosse tanken die rein physischen Schaden machen er kann auch andere Bosse tanken aber Ragnaros zum Beispiel mit Pre-Welt-Gear wird nicht möglich sein also da müssen die Heiler dann doch schon besser sein weil dieses Grit die Frage blocken wird schwierig beim Bär blocken kann man ja nicht ne? genau blocken und Parry kann weil wir haben kein Schild wir haben auch keine Waffe wo wir parieren können wir können nur ausweichen oder den Schaden durch Rüstung reduzieren und dadurch wir haben ja auch nicht Grit und Quash Immune und deswegen ist es bei Weight Instanzen die halt frisch rausgekommen sind wo wir noch kein Gear haben schwierig für die Heiler wenn dann auf einmal ein doppelter Hit reinkommt ja moin Dahl wenn du noch moin an Sorix moin moin ähm jetzt noch die Frage von Xektum aber ist der Feral Tank nicht wirklich so erst in beziehungsweise nach BWL stark weil da wirklich die geilen Items droppen aber Davion schreibt hier direkt mit Düsterbruch droppen richtig fette Tank Items für den Feral genau da kommen wir ja da gibt es ja dann die erste Mal ein Ersatz für den Level 46er Stab der Rüstung gibt und auch noch die Angriffskraft in Bär und Katze extrem erhöht da ab da kann man dann sagen der Stab ist nichts mehr wert also wer dann den Bird Warp hat braucht sich nicht mehr freuen je 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 ich hab den besten Stab ich kann richtig viel Gold machen sondern dann also lieber Feuer verticken äh ja ab Düsterbruch merkt man halt erst dass die Blizzard erst gemerkt hat ach es kann ja auch noch ein Feral Tank in Rage spielen vorher ist es halt so du schummelst hier irgendwo immer die Items zusammen und ab Düsterbruch gibt es dann wirklich Items die für Feral Tanks gemacht sind Ledersachen die dann mehr Rüstung haben äh als andere Leder Items äh Item Level wo dann 200 Rüstung mehr drauf ist und das sind halt Sachen für Druiden ok mhm aber selbst dann ja selbst dann ist der Druide halt nicht besser als ein Krieger ist einfach so wir haben keine CDs die man bei einem Endrage oder so zünden kann man muss da realistisch sein man kann viele Bosse tanken wie Flickenberg wo man besser ist aber das sind Ausnahmen das sind ca. 10-20% der Bosse höchstens wo ein Feral Tank wirklich besser sein könnte als ein Krieger wenn wir es mal chronologisch durchgehen in Molten Core welche Bosse könnte man hier gut tanken im Feral? äh den ersten Bosse Moment muss ich gucken wie er heißt qualz 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 ich merke mir immer nur das Aussehen und was ich da zu tun habe die Namen sind mir egal wenn sie im Dreck liegen war der erste nicht direkt Lucifron? so wie der PvP äh auf dem wir hier alle spielen werden ja ich glaube Lucifron war der erste oder? äh in Molten Core oder? BWL war es ja oder ne BWL war es nicht ach man scheiß Dungeons gibt es hier nicht uch ja wir müssen jetzt auch nicht jeden Boss durchgehen ich meine nur ob man das vielleicht so allgemein wagen könnte welche man in Molten Core tendenziell relativ gut tanken kann ja ich weiß jetzt die Namen nicht und man kann da ja auch Bosse in eine andere Reihenfolge angehen je nachdem also der erste müsste eigentlich Lucifron sein der der den Debuff verteilt ähm der viert doch ne Lucifron viert nicht ja und Magma da viert der zweite ja da kann auf keinen Fall Induin tank weil Krieger kann sich da selber noch rausholen äh Allianz sagt es ist eh egal weil da könnte man 4 schützen und falls casten ja aber mhm so ja ähm ne ist doch kein Problem dann sag doch mal generell in allen Raids vielleicht welche Bosse würden die einfallen die man gut tanken kann das ist ja Flickwerk also Patchwork Patchwork schon genannt in Naxramas zum Beispiel warum kann man den denn gut tanken mit dem Druin? äh den Patchwork? ja äh weil er nur physischen Schaden aussucht und die da braucht man 3 Tanks der erste Tank macht einfach einen Krieger äh die Hauptagro hält weil da kann die Schläge noch kritten und quaschen aber dann treffen ja noch die 2 höchsten in der Agro kriegen ja noch einen Schlag ab und der wird um äh 75% reduziert sodass noch 25% Schaden reinkommt und das kann ein Krieger nicht bewerkstelligen das schafft kein Krieger und Truide hat immer so 10, 20, 30% je nachdem wie der Equipment Unterschiede oder äh äh die Ausrüstungspunkte aussehen halt mehr Leben heißt beim Patchwork kann ein Truide zwei Schläge zirka aushalten bis er überhaupt eine Heilung braucht ein Krieger könnte schon im späteren Ding nach einem Schlag hält er aus beim zweiten nicht er flach ah ok und das ist halt besser und ein Truide bekommt konstanteren Schaden weil er halt nicht parieren, blocken und sonstigen hat die Hits sind fast immer gleich außer man kriegt kritz und quatsch rein was bei Flickwerk ja nicht der Fall ist und dadurch weißen Truide ok ich mache jetzt jede 1,5 Sekunde zum Beispiel heile ich den Tank und die Heilung geht nie ins Leere beim Krieger du musst die ganze Zeit heilen weil du musst ja wenn du jetzt eine Heilung auslässt könnte der nächste Schlag schon sein Tod sein und das ist der Vorteil beim Truiden diesen Boss und das ist auch der Vorteil bei allen Bossen die halt wirklich nur großteils physischen Schaden machen sobald aber magischen Schaden reinkommt oder noch Ads zu tanken sind wo man die Skills braucht zum Anchargen und sonstiges oder niemals ein Krit bekommen darf oder einen Quash reduzieren muss weil die Heiler gerade die 14 oder ähnliches ist ein Truide nicht zu gebrauchen ah ok wo er Crits bekommen kann ist es halt scheiße ja er hält vielleicht 2 Schläge aus aber es ist scheiße wenn auf einmal 2 Schläge reinkommen durch den Crit er fast down ist und dann ein Heiler auf einmal mega gegenheilt alle 10 Heiler draufheilen und dann Overheal produziert wird das ist das Problem am Truiden ok ja so ganz habe ich es jetzt glaube ich nicht verstanden aber vielleicht ja der ein oder andere jetzt einfach nicht weil du es nicht gut erklärt hättest sondern einfach weil ich auch wir sind jetzt hier schon 2 Stunden am schnacken bedingt aufnahmefähig bin natürlich dann irgendwann auch aber sehr interessant auf jeden Fall und hier auch nochmal die Frage an dich weil ich hier gerade auch der Esso reingeschrieben hat mit dem Nerf von Kriegern beziehungsweise Nahkampfklassen mit den 15% parieren er fällt dann nicht sehr stark weil das bei ihm keine Beachtung schenkt genau kam da jetzt wirklich einen Nerf oder wie was Parieren angeht habe ich gar nicht mitbekommen also das Problem ist auf Privatservern war das Parieren bei Bossen bei 4 bis 5% ok aber auf dem Classic Server und jetzt was jetzt kommt also dieser neue Classic ist das Parieren wie früher auf 15% das Problem ist wenn der Gegner den Schlag pariert dann schlägt er sofort 50% schneller wieder zu also der Boss warte mal einen Moment ein Moment hier kommt gerade der Sub-Sound rein danke für den Sub danke dir vielen vielen Dank einen Abend so sorry nochmal die Antwort wiederholen so also wenn der Boss also wenn der Boss pariert 15% dann schlägt er in 0,75 Sekunden nochmal zu wenn er einen Andricks Speed von 1,5 hat weil seine Geschwindigkeit um 50% reduziert wird also dann kommt auf einmal er macht eigentlich Schaden auf den Gegner auf den Boss der pariert und schlägt sofort wieder zu und das ist beim Heiler halt kritisch weil dann wieder ein bisschen mehr Schaden kommt ja beim Druide ist das der Vorteil er hat halt nur eine Fähigkeit er schlägt auch noch langsamer zu als ein Krieger und sein Prankenhieb kann nicht pariert werden da es ein AOE-Angriff ist genau wie sein Fehmfeuer und sonstigen ist er hat halt nur eine Fähigkeit die jede 2,6 3 Sekunden zuschlägt und er löst halt das Parieren deutlich weniger aus ah ok aber ob das jetzt wirklich so ist dass ein Druiden Tank wirklich konkurrenzfähig wird bei vielen Bossen das kann ich bezweifeln ja aber interessant ist da echt so eine fette Unterschiede waren zu äh größte Problem wird für einen Krieger alt sein die Akku zu halten jetzt weil das ist halt schon ein Unterschied 10% weniger Akku oder so wenn es gerade so immer über ein DD ist und dann reicht es halt vielleicht nicht mehr aus da ist der Druide halt ein bisschen weniger betroffen von ah ok interessant ich bin mal gespannt aber so für den Melee Damage würde es ja keine Auswirkungen haben weil Parieren ist ja nur nach vorne ne genau wenn ich hinter dem Boss stehe dann nur nach hinten ausweichen und verfehlen ah ok interessant ähm ok ähm ja Tankkrieger wie farbt man als Tank äh Tank ich sag schon wieder Krieger hier steht halt Krieger Mann Tank Tankdruide wie farbt man mit einem Tankdruiden Gold gibt es da irgendeine Taktik seine Tankkünste anbieten beziehungsweise da es ja der Vorteil ist Tank Skillung ist fast Katzen Skillung kann man einfach nur als CD Solo fahren diese Steel Runs machen entweder Solo in Charlemans halt nur den Ad Boss fahren äh die Charlemans sondern äh Kloster Waffenkammer oder so wo man dann gleich hier runter geht wo dann die ganz vielen Ads runterlaufen wenn man den Boss gekehrt hat kann man halt als Favel und als Tank zum Teil auch als Resto-Truinen Solo fahren man läuft halt Katzengestalt durch macht den Boss und kriegt dann eine Waffe für 2-3 Gold plus das was man auf dem Weg kriegt und das schafft man in 3-4 Minuten und da kommt man halt auf 60-100 Gold äh wenn man es schnell macht mit allen Fähigkeiten Sprinten und sonstigen Mist in einer Stunde und das ist relativ viel in meiner Achtung nach in Classic was man Solo fahren kann aber kommt man dann nicht relativ schnell ans äh Instance-Cap ja natürlich man kann das in einer Stunde einmal machen und dann ist es Instance-Cap circa da also eine halbe, dreife Stunde dann macht man eine Pause kurz und dann macht man wieder man kann ja nur circa 10 Instanzen rangehen dann hat man halt so 20 Minuten noch Zeit bis die Stunde rum ist bis es wieder zurückgesetzt wird ok Pretoriana moin moin ok also im Grunde genommen äh ja benutzt man an der Stelle dann die Stealth-Fähigkeit vom Druiden genau man kann auch höhere stufigen Instanzen machen aber da brauchen wir halt noch 2-3 Leute dann ist es ja kein Solo-Farm mehr sondern ja geht also nicht nur generell um Solo-Farmen sondern generell einfach um Taktiken wie man Gold farmen kann im Druiden da gibt es zum Beispiel BWL Blackrock und so weiter da gibt es ja auch viele Bosse die man mit Stealth schnell erreichen kann LBS zum Beispiel genau genau und da kann man noch besser farmen aber da brauchen wir halt noch einen Schurken oder noch einen Druiden der dann das mitmacht mindestens wenn man gut equipped ist wenn nicht brauchen wir sogar noch mehr da muss man halt noch mehr teilen dann ist es eigentlich auch wieder uneffektiv ja genau und dann vielleicht einfach dann die Tank-Fähigkeiten anbieten ne ist auch echt immer ein guter Weg eigentlich um Gold zu farmen ähm ähm was ich auch immer gerne gemacht habe mit einem Druiden war wir haben also mit meinem Schurken haben wir immer äh man konnte also das ich weiß auch noch gar nicht ob man überhaupt die Tribute-Druans in Diamall ob man die überhaupt mit einem Hunter alleine machen können wird ja keine Ahnung auf jeden Fall auf den Privatservern konnte man ähm den ähm König am Ende ähm zu zweit killen mit einem Druiden und einem Schurken das war auch ne nice Geschichte da hat man relativ viel Gold gemacht hat einen dann so erahnen lassen wie viel Gold Hunter da gemacht haben ja alleine das wird eh so ne Frage ob das möglich sein würde oder nicht bin ich mal gespannt drauf ja bin ich mal gespannt drauf also ich hoffe dass Hunters nicht alleine machen können weil sonst wird jede Tryhard-Gilde äh irgendwie 60 Hunter hochleveln ja genau ja ähm 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 ja dann würden wir auch schon zum Fazit kommen an der Stelle ähm Item Progression im Verlauf von Vanilla ähm oh ich hab immer noch den BB-Screen am Start danke dafür ähm wie entwickelt ähm sich der Feral im Verlauf von Vanilla ja zum Beispiel beim Krieger ist es ja so er wird irgendwie immer stärker dazu mehr Gear er bekommt ähm ist am Anfang noch nicht so mega stark wird dann aber einfach immer stärker wie ist so ein Feral von der Itemization her gibt es da irgendwann so einen Punkt wo er auf einmal mega stark wird oder ist er am Anfang stark oder am Ende oder wie ist es mit dem Feral genau also beim Anfang bis Phase 4 also Phase 1 Phase 2 finde ich noch sehr stark dann ist er erstmal wieder stark wenn Düsterbruch rauskommt da auch alle Items hat in Naxxramas legt er noch eine Schippe drauf aber bin der Meinung da legt jede Klasse eine Schippe drauf ja das geht einfach so krasses ne genau da gibt es aber in Naxxramas gibt es halt Stäbe die dir 500 Angriffskraft geben in Bär und Katze oder 400 und das wustet dich halt extrem nach vorne aber bis diese Stäbe kommen die halt noch Angriffskraft in Katze und Bär zum Beispiel geben dauert zum Beispiel als Heiler wiederum ist man von Anfang an genauso stark wie am Ende also da entscheidet sich ab Phase 3 muss man zum Beispiel als Heiler einen anderen Speck nehmen dann nimmt man eher nicht mehr die Mana Reduzierung mit sondern einfach nur dass ich mega viel HPS mitnehmen kann und am Anfang nimmst du halt aus dem Gleichgewichtsbaum die Mana Reduzierung mit damit du auch den ganzen Bosskampf überstehst wenn du da die Zwiftman Skillung zum Beispiel nimmst nennt sich die nimmst als Heiler gleich am Anfang wirst du es kaum schaffen bis zum Ende des Bosskampfes nicht umzugehen dann nimmt man am Anfang eher so eine Moonclass Skillung da ist dann Mana Reduzierung dabei das heißt kann man nicht so wirklich sagen bei der Itemization vom Droiden her Heiler ist in jeder Phase halt stark der wird nicht besser und nicht schlechter und Feral ist in der Anfangsphase gut und dann am Ende wieder naja sag ich mal vergleichbar ok oder hat in der Mitte so einen kleinen genau hat einen Hang-Up bis die Waffen mit AP ja verstehe ich verstehe ich klar ok also das ist nicht so gearabhängig quasi dadurch kann er am Anfang relativ gut anfangen skaliert dann aber nicht so gut weil eben die Stäbe nicht kommen und dann wird er am Ende stark ok ach ich habe noch mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen und moin Keltor moin moin nabend wir haben den Heiler vergessen genau das ist mir halt auch eingefallen deswegen habe ich ja jetzt ein bisschen auf den Heiler umgeschwenkt genau vielleicht lassen wir mal ein bisschen über den Heiler reden über den Heildruiden ich denke mal viele von euch wollen auch den Heildruiden spielen sind wir halt noch gar nicht drauf eingegangen genau mit welchem Speck würde man denn quasi auf Level 60 anfangen mit dem Heiler also was ist so der klassische Heildruiden Talent also ich poste kurz ja schick mir gerne genau also kann ja schon mal anfangen um ein bisschen Zeit zu spannen ja genau dieser Talentbaum spezialisiert sich halt eher darauf so wie Mana effizient wie möglich zu heilen die Zauber die Mana koste wie ich mit einem Punkt Mana so viel wie möglich heilen kann um es dummer auszudrücken ähm dieser wird aber schlechter je mehr Gier man bekommt weil irgendwann hat man dann kein Mana Problem mehr aber man kann mit diesem Skill nicht wirklich mehr HPS generieren ja ja das ist halt der Grund ähm dieser Skill zum Beispiel äh man nimmt Zorn mit um auch noch Solo ein bisschen farmen zu können wo sind wir jetzt gerade im alles wegnehmen aus Zorn oben links aus Gleichgewicht zu bauen ach hier ja verbesserter Zorn damit man halt auch noch Solo zum Teil farmen kann äh man kann natürlich auch die Punkte in verbessertem Griff der Natur das ist dann für PvP zum Beispiel besser der Hauptgrund warum man das hier eigentlich alles mitmacht ist das Talent unten rechts Mondschein diese Eule im im Mondschein halt ja Mondschein ganz unten rechts ist das Haupttalent warum man hier überhaupt so tief reingeht ah ok 9% weniger Mana kosten dafür ja genau für eine Berührung Verjüngung und Nachwechsel und das ist halt extrem viel das ist halt eine erhöhte Mana Effizienz von fast 20-30% ah ok dann noch Anmut der Natur halt dass wenn man durch Nachwachsen zum Beispiel ein Crit oder durch irgendeine andere ne ja ein Crit macht Vorzeit reduziert wird dadurch kann man halt heilende Berührung dann eine Stufe höher casten damit die gleiche Zeit erreicht wird aber mehr Heilungen durchkommt dann gehen wir rüber zu verbessertem Heiler Wildnis ist halt für ein Heiler Troide nimmt das immer mit im Resto Baum damit er halt den Buff auf maximal Wirkung ausgilt dann heilende Berührung ist eigentlich das was man immer dauerhaft spammt um den Tank am Leben zu halten dann nimmt man aber eigentlich Lone Rank von Rank 3 bis 5 weil da die Zauberzeit und der Heilungseffekt den man durch Gegenstände bekommt maximal mitgenommen wird und dadurch eine hohe Mana-Effiziente erreicht und gleichzeitig so eine Art Blitzheilung hat wieder weil das hat der Troide eigentlich nicht mhm mhm dann halt wie Reflexion mehr Mana-Reck ist immer gut Agro-Bedrohung kann man in 5er Instanz mitnehmen aber in Raids sollte das eigentlich keine Rolle viel mehr spielen dass man da die Agro-Drohung mitnehmen muss Verjüngen nimmt man nur einen Punkt mit weil man noch einen übrig hat und auch einen Traum um auf Geschenk der Natur zu kommen dass die Heil-Zauberer um 10% verbessert Schnelligkeit nur um Instant-Zauber zu haben und Gelassenheit um die heile Berührung halt noch günstiger werden zu lassen dieser Speck arbeitet eigentlich halt nur mit Heilender Berührung Verjüngen nach wachsen wird so gut wie nicht benutzt und Heilender Berührung ist halt der Mana-Effizienteste Zauber den man hat und man kann da perfekt den Tank damit heilen also man ist dann eher auf Tank heile oder man spammt heile Berührung auf die Gruppe ja ah ok dann haben wir den halt erklärt dann kommt ein Speck schnell da geht man auf den Zauber nachwachsen eigentlich sind alle Specks halt so ausgelegt man geht entweder auf Verjüngen spammt man dann den ganzen Rate voll man geht auf Nachwachsen halt dann mit den Tag oder die Seite lag immer wenn ich die Seite aufmache haben wir kurz einen kleinen Lag Leute also nicht wundern ok bin wir offen ja Seite ist offen da ist jetzt eigentlich der Unterschied links man nimmt Mondschein halt nicht mehr mit Mikro und geht aber rechts bis verbessertes Nachwachsen unten runter damit halt der Effekt 40% hat man dann halt die Chancen nur durch dieses Talent einen kritischen Effekt mit Nachwachsen zu verursachen das steckt natürlich mit Anmut der Natur und das Gleichgewicht was noch mitgeskript wurde und die Zauberzeit wird um 5 Sekunden reduziert wenn man dann natürlich die ganze Zeit Nachwachsen spammt hat man fast nur Kritz Nachteil ist natürlich man zaubert dann Nachwachsen in ca. einer Sekunde und man könnte sich wenn man die ganze Zeit nur durchklicken würde macht aber natürlich instant um machen ah ok das ist halt dann die Fähigkeit man nutzt halt sehr oft nachwachsen und teilen eine Berührung und wann wann entscheidet man sich eher für den Speck hier und vielleicht zu dem davor wenn man die ersten also Phase 2 und 3 anfängt und man dann das Equip schon aus diesen Rate Instanzen hat also so Anfang Düsterbruch Ende Düsterbruch und wann nehmen wir den anderen das was wir davor hatten ja nimmt man von Anfang an weiter das ist der beste Speck um so Mana effizient wie möglich zu zaubern und am Anfang hat man halt mit fast jeden Heiler das Problem egal welche Klasse man ist dass man halt schnell umgeht aber wenn man ein bestes Gear hat dann kann man dann hier oben schwenken auf den ja genau je mehr Mana Rack also Wille oder MP5 man auf Rüstung hat desto eher wechselt man auf solche Specks hier linke ich euch auch nochmal rein Leute ok dann gibt es noch den Talentbomb Swiftmets da geht man halt auf noch einen äh Heine genau es gibt also nochmal ich mache jetzt das ist der letzte jetzt weil ich hätte jetzt noch 6 weiter aber kurzer Leck einen Moment einen Moment diese Seite ist einfach nur fertig mit der Welten ok also das ist der dritte Baum ne dritte mögliche Druiden Speck so das ist jetzt eigentlich der Speck den ich jedem empfehle wenn er genug Mana Rack hat also ab Düsterbruch circa eine Düsterbruch das ist halt ein Speck auch verjüngen und nachwachsen wird eine Berührung wenn man als Tank hier eingeteilt wird kann man natürlich immer noch Spam aber Verjüngen und Nachwachsen ist da der Hauptspeck man macht auf den Tank Nachwachsen Verjüngen das ist eben stark wenn der Tank mal gedauert mit dem Leben macht man eine rasche Heilung rein dann ist er wieder auf Schnelligkeit der Natur ist der zweite falls dann nach 10 Sekunden schon wieder fast da ohne ist macht man Schnelligkeit der Natur und dann haltet man den wieder aber der Nachteil an dieser Skillung ist halt sehr malintensiv also wenn man den gleich am Anfang will nicht den Heiler sehen der wirklich heilen muss und bis zum Ende dann noch mit Mana Rack steht ok also den würde man quasi auch in Nax-Gramas und so weiter auch schon haben genau im Speck aber in diesem Speck ist es möglich so viel HPS in kürzester Zeit wie möglich rauszuholen das kann man zum Beispiel nur falls auch als BVP ohne die Heiler machen wenn man wirklich nur heilen will und mit einem Krieger unterwegs ist weil man kann extrem viel HPS in kürzester Zeit raushauen aha ok mit ein paar Abwandlungen natürlich also nicht 1 zu 1 jetzt für PvP übernehmen ein paar Talente werden anders gemacht und Dorn ist hier auch immer mitgenommen da freut sich jeder Tank drüber der Dorn gebufft bekommt das habe ich bei den anderen Specks nicht erwähnt der Schaden durch Dorn wird halt nochmal um 75% erhöht jeder Tank der AOE tanken muss freut sich darüber weil Tank wird geschlagen nehmen wir Dorn bei jedem haben wir Dorn bei jedem Speck mitgenommen gerade oder äh nicht bei jedem aber bei ok denen wo es bis zum Mundklau runter ging ah ok also Mondschein der erste den wir gezeigt haben ok genau dadurch machen die mehr Agro dann ne an den Fischern ne genau jeden Hit der auf dem Tank geht gibt dann Schaden zurück und das ist eine Menge Agro wenn man in Verteidigungshaltung ist oder in ja ok ich geh mal hier raus Leute weil die Seite leckt einfach nur des Todes ich swap mal wieder ins Gameplay äh gerade hatten wir auch ein paar Lacks leider ja mal gucken gut äh hier kommt gerade die Frage frag mal bitte warum er Omen der Klarsicht immer mitnimmt als Healer der löst in Classic nur durch Nahkampf aus ja aber welches Talent soll man denn sonst nehmen und wenn du beim Boss nah dran stehen darfst weil diese Mechanik nicht äh genutzt wird stellst du dich einfach nah beim Boss dran und schlägst mit ein Ding drauf es gibt viele Bosse wo es ja egal ist wo man als Healer wirklich steht und wenn man als Tanky eingeteilt ist wenn der Boss nicht gerade eine Fähigkeit hat wo du dann extrem lange laufen musst kannst du dann mit dem Stab die ganze Zeit zuhauen was noch ein bisschen Schaden der aber eigentlich fast null ist aber du kannst dieses Ding auslösen ok also einfach auch aber auch den Ermangelungen von besseren Möglichkeiten glaube ich nimmt man das dann mit genau weil sonst gibt es ja da nichts Gestaltwandel brauchst du als Druide auch nicht im PVE ok also Netrix ich hoffe die Frage wurde dadurch beantwortet einfach so ein Füller-Talent anscheinend mehr oder weniger ok welche Berufe sollte man mit einem Heal-Droiden nehmen Alchi wenn man die Kosten reduzieren will weil als Heiler muss man ja egal welche Klasse man ist eine Menge Mana-Pots schlucken und klar ist Alchi von Vorteil es gibt halt keinen anderen Beruf wenn man nicht gerade PvP macht außer Engie wo es so viel bringt ok und auch im PvP würdest du sagen dann Engie und Alchi oder genau oder wenn man halt keinen zweiten Twink hoch macht Indie und Bergbau ah ok ok ähm dann wäre die nächste Frage welche Verzauberung holt man sich mit dem Heal-Droiden äh die die ich eigentlich das was ich schon vorhin gepostet habe mit den Dingen da steht das drin also wenn man jetzt ich kann es natürlich nochmal erzählen aber mhm ähm also Verzauberung holt man Moment ich muss gucken hab ich irgendwo aufgeschrieben so also Intelligenz, Wille, genau dieses und danke nochmal für die verschenkten Community-Subs ne vielen vielen Dank dafür äh Lisa Akun of Renuin also diese Kopfverzauberung die man durch die Quests immer wiederholen kann in brennende Steppe erhöht halt um 150% die äh der ist Mana es gibt keine andere Verzauberung sonst natürlich alles was Wille, Intelligenz Plus zum Beispiel All the Stats Plus 4 große Werte halt Mana auf die Chests ist natürlich auch noch eine Variante wenn es das noch nicht gibt oder zu teuer ist Wacer Willenskraft auf die Schuhe Intelligenz Boots Geschwindigkeit auf die Schuhe kann natürlich auch gezaubert werden wenn man halt viele Bosse hat mit Laufgeschwindigkeit da gibt es eigentlich kein festes und natürlich mehr Heal Spell auf Waffe das ist aber bei jedem Heiler das ist Komplosur genau kann man dann sagen beim beim Healdroiden generell ähm so der Main Mainwert beim Healdroiden Intelligenz oder Wille oder das ist das Problem je nachdem welches Set hier man hat äh reduziert sich das je nachdem welches Set hier man hat reduziert sich das also ich kann ja jetzt beim ersten Phasen die Phasen nennen was wie gewichtet zum Beispiel am Anfang ist es Heilung MP5 Willenskraft Int und Spellcrit wenn man das Set Teil hat was die Wille erhöht dann ist es wichtiger mehr Wille zu haben als MP5 hat man dieses nicht oder den also das Tier 2 Bonus ist das mit dem Willenskraft Willenskraft wird da wertvoller als MP5 man kann dann mehr auf Willenskraft gehen wenn man dieses dann nicht mehr hat ist MP5 wieder mehr wert aber im Grunde Spell Heilung ist am wichtigsten dann entscheidet sich je nachdem welches Set Teil man hat MP5 oder Willenskraft dann kommt Intelligent und dann kommt erst Spellcrit Spellcrit ist relativ unwichtig wenn man nicht auf Nachwachsen geht weil die Hots können nicht in Classic Ah interessant also ist quasi MP5 und Wille stärker für den Druiden Healer als Intelligent genau weil er viele Talente hat die halt die Mana Regeneration stärker weiterlaufen lässt in Fight Wollte ich gerade mal fragen das ist glaube ich auch nicht bei jedem Healer so ne beim Paladin zum Beispiel Intelligent der kriegt ja sein sein größtes Mana durch die Rückführung der spammt ja eh nur diesen einen Zauber und immer wenn er kriegt er kriegt er extrem viel Mana weg genau deswegen braucht er relativ viel Crit glaube ich auch ne genau ah ok ok also im Druiden ist man ja auch wieder so chillen schönen Wille dann hochhängen im Kombin so ne Art ne mhm ein Speck würde ich jetzt fällt mir gerade ein den würde ich dann noch gerne besprechen das ist nämlich ein Tank Heal Speck da kann man tanken und healen je nachdem welches man gerade anzieht können wir vielleicht machen wenn wir mit dem Healer durch sind oder ok kommen wir glaube ich komplett durcheinander also der Druiden ist echt auch ne Klasse finde ich wo man schnell so mal verwirrt wird ja das ist ja auch ein Heal Speck also man kann mit dem Speck auch rein healen das wäre auch ne Möglichkeit man kann aber auch sofort ohne umsgehen zu müssen den Off Tank übernehmen können wir vielleicht am Ende noch anschauen äh äh hast du gar kein Abzeichen für neun Monate äh 1-3 ne ich hab nur 1-3-6 momentan ne die längeren hab ich noch gar nicht gemacht weil ich äh ja hab ich noch nicht gemacht ne 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 da gibt's noch nicht so viele von aber du bist da glaube ich schon drin ne ja muss ich mich auch noch ich muss auch noch die die Panels und hier machen bei Twitch und so weiter gibt noch viel zu tun da gibt noch viel zu tun ähm haha Ripper ja Ronks aber gut dass du ansprichst also wird auf jeden Fall ja natürlich noch Exidon vielen vielen Dank für den Sub danke dir und auch guten Abend an dich äh Ronks wie gesagt alles nacheinander so ich muss auch echt äh auch gerade weißt du jetzt kurz vor Müllis so viel mit den Gilden und boah muss so viel geplant werden gerade aber ist natürlich auch ein wichtiger Punkt das kommt auf jeden Fall noch ähm gut so beim Healer Leute ähm genau die nächste Frage wäre dann nämlich ähm mh 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 Okay. Aber sonst halt normal Waffenschwinger brauchen wir jetzt nicht. Titi Boss Mods ist natürlich zu empfehlen, wenn man waitet. Dann kann man die Hälfte des Gehirns abschalten, weil dann sagt jeder, was du tun hast. Aber sonst das Gleiche, was halt heiler ist. Anderes UI habe ich halt. Click ist immer gut. Ist Click ein Addon Mojo, oder wie? Kenne ich gar nicht. Click? Ist das ein Addon? Kenne ich gar nicht. Nee, wo man nur klicken tut. Also warte, das ist keine Nachkommnung. Oder was meint Mojo? Voodoo ist bei mir das Addon, was ich als Healbot so ein Addon benutze. Ah, okay. Also von Healern habe ich echt gar keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, die haben da immer The Grid, das ist relativ beliebt, ne? Wo man da immer sieht, wer wie low HP hat und so weiter, aber keine Ahnung. Genau, das ist ja bei Voodoo auch. Also das sah bei mir jetzt am besten aus, weil das auch das Sway-Droid mitbringt, ohne dass ich da noch einen extra Addon noch zusätzlich mitnehmen muss. Ah, okay. Na gut, okay. Also wie gesagt, die typischen Healer-Addons einfach. Ja, nichts Besonderes beim Droiden. Okay. Und die vorher für ein Dodo-Wide-Omni-CC ist auch gut, besonders bei PvP, wie Gaura. Aber das ist halt das Standard, was jede Klasse meiner Achtungssache mitnimmt. Ja, genau. Welche Consumables brauchen wir mit einem Heal-Droid? Manapods, auf jeden Fall. Diese Dunkelruhen aus Teufelswald, oder wie das heißt? Fairwood, ja, genau. Genau. Eigentlich alles, was halt Mana wieder regeneriert. Darkruhne, Dämonikruhen, Manapods. Dann diese Flask, was einen 2000 mehr Maximum Mana gibt. Distilled Wisdom, ne? Ja. Genau, Distilled Wisdom, genau. Da ist magisches Blut. Aber es wird ja auch die Frage werden, ob die überhaupt bezahlbar sein wird, oder? Ja, aber es geht ja darum, also es gibt ja auch kaum eine andere Flask, die man da wirklich einschmeißen kann. Da gibt's ja nur Potions, die man so einschmeißen kann. Ja. Für eine Stunde wirken, wie zum Beispiel magisches Blut. Ich meine nur, weil jetzt zum Beispiel einige schon so meinten, vielleicht Black Lotus halt einfach auf den Classic-Servern viel, viel seltener sein wird, weißt du, als auf den Privat-Servern. Genau, wegen der Anzahl, wenn Classic aufhört. Und deswegen vielleicht die Gilden, die die Black Lotus immer nur für ihre Tanks, für die Titan Flask halt verwenden werden, ne? Muss man mal schauen. Kann man noch nicht so abschätzen irgendwie, ne? Und dann das Essen halt Intelligenz Plus oder Mana Regeneration, da kann man sich frei entscheiden. Okay. Dann natürlich dieses Bier, was man aus der Quest bekommt. Das kommt halt, wenn man binmexen will. Da gibt's dann noch 25 mehr Willenskraft und 5% mehr Intelligenz für 15 Minuten. Muss man aber halt durch eine Quest dauerhaft fahren. Oder, was natürlich nicht fehlt, Zauberhöhe auf der Waffe, die 12 MP5 sind, nicht zu unterschätzen. Und dann war's das eigentlich auch schon, dass es dich halt bossabhängig, Feuer, Potion und so weiter, dass man Feuerresi hat. Also auch nichts Besonderes eigentlich, ne? Auch die typische Healer-Off-Consumables eigentlich. Okay. Klick ist ein Add-on ein Maus-Over. Gehst du mit der Maus über deinen Group-Member und kannst du einen Spell usen, ohne dein Target zu verlieren? Ah, okay. Okay, ja, verstehe ich. Wenn man das Boss-Target im Target im Ja, aber dafür gibt's ja auch Makros. Also dafür würde ich mir da kein Add-on extra runterholen. Okay. Ja gut, keine Ahnung. Da gibt's ja Maus-Over, wenn du jemanden übers Maus-Over hast und er verfreundet ist, castet er auf das Ziel, sonst auf sein Target, wenn du keinen Zast, auf dich selber. Ah, okay. Da gibt's ja genug Makros. Weil ich will so wenig Add-ons wie möglich, nur was mir wirklich Mehrwert bringt. Ja. Hast du auch mal aktiv Healer gespielt eigentlich? So, oder? In Classic und sonst halt ein BC wird auf dich klingen, auf den Privatserver eher nicht. Ah, okay. Wie spielt man den Healdroiden in Five-Man-Dungeon? Ganz normal, eigentlich heilende Berührung. Man ist es um heilen Berührung ist der Zauber, um immer wiederholbaren Schaden auf dem Tank wegzuhalten. Das ist einfach die günstige Fähigkeit. Wenn die Gruppe einen Schaden bekommt, macht man einen günstigen Verjüngungszauber drauf, um dann die Gruppe langsam wieder hochzuhalten. Wenn das nicht so dringend ist, dass gleich wieder Schaden reinkommt. Und das größte Problem ist beim Truinen eher, dass er halt keinen richtigen Rätts hat. Das wollte ich gerade ansprechen. Genau, er kann zwar im Kampf einen wiederbeleben, wenn er dann ein Set-Teil hat, jede 20 Minuten, sonst 30 Minuten. Aber wenn keiner sonst dabei ist, ein Shadowpriester oder ein Schamane oder ein Pala gibt es ja nur auf der Lernseite, dann hast du halt das Problem, wenn die ganze Gruppe nicht vibet, sondern nur einer oder zwei, dann müsst die ganze Gruppe warten, bis es weitergeht. Ja. Das finde ich auch immer, ein Kumpel von mir hat einen Druiden gelevelt und dann irgendwann mit Level 30 oder neben Level 20 hat er dann gemerkt, oh, kann den gar nicht wiederbeleben. Das finde ich schon, das ist so das Einzige, was ein bisschen nervig ist am Druiden, oder? Gefühlt? Aber wenn du eine Klasse dabei hast, die Hain retzen kann und die Gruppe vibet, lässt du den als erstes sterben, gibst du eine Wiedergeburt und dann kann es sofort wieder mal weitergehen. Weil er kann ja den Retz annehmen, wenn die Gruppe tot ist. Klar, klar, wenn du noch einen anderen... Man kann es immer positiv sehen. 20, 30 Minuten wiederbeleben kann. Genau. Und dass man die normale Wiederbelebung halt eben trotzdem hat. Weil wie gesagt, ein Classic wird halt oft vorkommen, selbst bei wie Five-Man-Dungeons oder wie Sholo oder UBS oder wie auch immer, da werden die Leute sterben. So gut kann keiner heilen, irgendwie, wenn die Leute da mal verkacken. Deswegen, ja gut, in UBS und so weiter wird man dann auch eh andere Healer dabei haben. Aber nur, dass ihr auf jeden Fall auch Bescheid wisst an der Stelle, die können quasi, wenn ihr der einzige Healer seid in der Gruppe, dann könnt, oder der einzige, ja, der quasi normalerweise wiederbeleben könnte und ihr könnt es dann halt eben nicht, dann muss halt derjenige wieder reinlaufen. Da sollte man sich halt auf jeden Fall im Vor- und drüber im Klaren sein. Und je lange die Instanz dauert, ist auch der Mopspawn nicht zu unterschätzen in Classic. Der Respawn. Genau, dann können die vielleicht gar nicht mehr reinrennen. Genau, dann muss die ganze Gruppe zurücklaufen und muss die Mops wieder umhauen. Das ist halt das größte Problem. Genau. Also wenn ihr mit einem Droiden wirklich, oder wenn ihr generell mit eurer Healer-Klasse quasi gerne Dungeons macht, ja, dann auf jeden Fall dran denken, mit einem Droiden könnte die Leute nicht wiederbeleben, alleine, ne. Dann entweder müsst ihr bei der Gruppen zusammenstellen irgendwo drauf achten, dass ihr dann vielleicht auch mal einen Retrie mitnehmt oder einen Shadow oder wie auch immer. Aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, denke ich, den viele auch so nicht auf dem Schirm haben, weil in Retail heutzutage jede Klasse kann wiederbeleben und da werden sich bestimmt einige wundern, dass der Droide in Vanilla wirklich noch nicht wiederbeleben konnte. Joa. Genau, dann wie spielt man den Healdroiden im Raid? Gibt es da auch irgendwelche Besonderheiten? Da muss eigentlich vorher schon festgelegt werden, als was man eingeteilt ist, weil Droide kann nicht wirklich alles, also je nachdem, welche Skillung er hat, kann er entweder den Tank-Heal gut machen oder den Raid-Heal machen, obwohl da natürlich ein Schamane mit Kettenheilung der Beste ist. Bei einer Berührung, wenn man das nicht mitgeskillt hat, dann ist man nicht wirklich der perfekte Tank-Heal. Wenn man es mitgeskillt hat, kann man den Tank perfekt am Leben erhalten und wenn man halt als Raid-Heal eingeteilt wird, ist heilende Berührung nicht wirklich das praktischste Talent, wenn man immer 1,5 Sekunden casten muss und nur einen hochreitet in der Zeit. Da wäre halt Verjüngungspam zum Beispiel tausendmal effizienter. Kostet zwar auch Mana, aber man könnte den Raid dann schon vorhotten zum Beispiel. Da wird man sich dann auch wahrscheinlich im Vorhinein mit den anderen Droiden und mit den anderen Healern absprechen, ob man ein Droiden Tank-Healer sein möchte oder eben nicht. Das ist bei Druiden sogar noch wichtiger, weil das Problem ist, wenn man jetzt zum Beispiel vor jüngeren Rang 10 auf dem Ziel castet und ein anderer Droider im Raid ist und er castet ebenfalls vor jüngeren Rang 10, bekommt er entweder die Meldung, ein stärkerer Zauber ist schon aktiv, wenn er mehr Zauber-Schaden, also Heilung hat oder er überschreibt den alten Zauber und der Zauber war also Mana-intensiv, weil er hat vielleicht nur zweimal getickt. Das ist das größte Problem, wenn man halt fast nur Druiden-Heiler zum Beispiel einen Raid mitnimmt. Okay. Und gut, das ist natürlich dann quasi, also kann man sagen, dass dann auf Horden-Seite die Druiden echt öfter mal Maintain-Kealer sind und da so die Rolle vom Paladin übernehmen ein Stück weit? Kann er halt sehr gut, weil rein theoretisch bei späteren Gier, also wenn man schon ein bisschen in den ersten Raid-Instanzen war, dann kann man heile Berührung dauerhaft durchspammen, ohne umgehen zu können. Also da wird meistens der Druide unterschätzt, weil wir haben halt nur den Schamanen und den Priester. Ein Schamanen-Heiler wird meistens auf den Tank mit angesetzt, um diesen Grit Waff zu holen, damit die Rüstung erhebt wird. Aber sonst kann man sehr gut Druiden da einsetzen. Und erst recht, weil Druiden ihr Anregen meistens dem Priester geben, der den Raid heilt. Oder den Schamanen, der den Raid heilt. Ah, okay. Exidun, solche Gespräche wird es auf jeden Fall auch zu allen anderen Klassen auch noch geben. Kriege haben wir schon gemacht, heute ist Druide dran und die anderen werden auch noch dran kommen. Genau. Mal gucken, ob wir es noch vor dem Release von WoW Classic alle durchbekommen, aber das ist auf jeden Fall der Plan momentan. Ja, genau. Ja. Ja, interessant, weil man ja dann quasi auf Vorderseite keine Paladine hat und dann weiß, also hätte ich jetzt auch nicht spontan gewusst, welche dann da den Main-Tank-Heal macht. Ja, gut, Schamanen macht auf jeden Fall Sinn, wegen dem Rüstungs-Buff. Aber okay, dann kann man eben auch den Druiden bei solchen Momenten dann auch verwenden. Genau. Gut, wie farmt man mit einem Heal-Druide Gold? Also, wenn man nicht gerade so einen Speck nimmt, wo beides drin ist, wie der Tank- und Heal-Speck, was alles, beides mit in den Begriffen hat, dann eher, man bietet sich an, man sucht sich eine Gruppe, wo man halt als Heiler mit ist, zum Beispiel Krieger, die dann einfach nur Damage machen, keine wirklichen Tanks sind und geht in Instanzen mit zwei, drei Kriegern und die hauen einfach alles um und du hättest sie am Leben. Aber sonst kann ich da jetzt nicht sagen, das ist glaube ich bei jeder Klasse so, dass man wirklich nicht gut Solo-Leveln, äh, Solo-Farmen kann, beziehungsweise in der Gruppe halt immer auf Leute angewiesen ist, die man dann zwar hochheilt, die Geschwindigkeit erhöht, aber Solo gibt's da wirklich nix. Genau, okay. Äh, genau, dann in dem Fall einfach eine Gruppe suchen oder halt eben, äh, umskillen, im schlimmsten Fall. Genau. Ähm. Oder halt, man kann auch dann noch diese Krabben sammeln, das geht auch als Heiler. Das sind dann 30, 40 Gold, die man dann in der Stunde schafft, je nachdem, wie viel Anforderung man halt hat. Krabben sammeln, Leute. Wie langweilig es sein darf. Aber die kann man, die kann man immer wiederholen, die Quest, ja, die läuft nie ab. Genau, die ist unendlich oft abgebbar, deswegen ist es ja, aber nur auf Horde-Seite. Ja, nur die Hordler kommen da in den Genuss. Okay, ähm, dann, welche zusätzlichen Aufgaben, äh, Aufgaben oder Verpflichtungen hat man als, ähm, Druiden-Hiller für die Gilde? Ja, Heilen, dass man Anregen meistens an die Priester gibt, selbst wenn man es gerne selber nutzen würde, um seine HP zu pushen. Äh, auch mit einem, warte mal, auch mit einem Healdroide? Wird man das nicht selber? Also, um den maximalen Nutzen aus Anregen rauszuholen, weil der Priester noch stärker auf Wille geht und weniger auf MP5, macht man es meistens. Und, da freut sich halt jeder Priester drauf, wenn auf einmal, je nachdem, welche Ausrüstung er hat, halt wieder die Hälfte des Manners wieder hat. Aber, ist es wirklich so, dass man, ich sag mal, fast schon in Anführungszeichen so unterbewusst dazu gezwungen wird, es auf den Priester zu machen? Oder würde da auch keiner was sagen, wenn man es auf sich selber machen könnte? Also, ich würde es aber sagen, er macht es auf selber, wenn es dann daran scheitert, dass das Mana zu wenig ist und nur ein paar Prozent sind, dann würde ich auch einen Priester machen. Aber so gezwungen nicht. Aber die meiste Effizienz ist halt Priester. Und man bekommt halt Milder Wildnis, muss man eigentlich fast mit jedem Speck mitskillen, nimmt man ja auch mit, weil wir Krimen nicht immer wirklich brauchen. Und dann hat man halt, also Milder Wildnis finde ich, der beste Weight Buff, den es gibt. Auf jeden Fall ein sehr starker, ja, stimmt. Beste Kack kann das gleich noch mitteilen. Wie ich den habe mit meinem Show. Ja. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt aber wirklich mal zum Fazit, Leute. Der Deroide, sehr, sehr umfangreich, ja, kann alle möglichen Sachen machen. Genau, die eine Frage haben wir schon beantwortet mit der Item Progression. Lev, Nabend, Seeker, eine Deroide von Hordengilde. Was ist dein abschließendes Fazit zu dem Droiden in Classic? Also, wie gut oder wie schlecht sind so die Stärken und die Schwächen overall vom Droiden in Classic? Die Stärken sind auf jeden Fall seine Vielseitigkeit. Wenn man als Heiler spielen möchte, braucht man nicht so viel Zeit investieren. Wenn man aber wirklich als Eule oder als Tank, als Ferrel wirklich einen deutlichen Mehrwert für die Gilde mitbringen will. Es gibt viele Gilden, die einen auch so mitnehmen. Natürlich jetzt gehen jetzt 10, 20 Ferrels, aber 1, 2 oder eine Eule, zwei werden auch mitgenommen. Aber muss man sehr viel Zeit investieren, um diese Klasse konkurrenzfähig zu machen. Als Heiler kann man sich genauso auf die faule Haut legen und muss genauso viel Zeit investieren wie andere Heiler, um genauso viel zu wirken. Ja, das war ja auch. Allein deswegen haben wir uns auch so mega lange am Anfang über den Förel unterhalten, weil man da eben halt diese berühmte Extrameile gehen muss, um sein Ziel zu erreichen. Genau. Aber als Heiler, wenn ein HPS geil ist, wird man niemals vor dem Paladin sein oder vor dem Priester. Die sind immer noch ein kleines Stück meistens vor einem, weil die haben halt die Fähigkeit, Priester zu schilden und dadurch kannst du schon mal nicht die HPS fahren wie ein Priester, weil der Schaden, der gar nicht erst generiert wird, kannst du nicht wegheilen und ein Paladin haut die ganze Zeit einfach nur durch und er muss nicht auf sein Mann nach. Okay. Also das muss man sehen, aber es reicht aus, man kann auch nur mit Druiden und Schamanen in den Raid gehen und man schafft immer noch locker die Instanz. Wollte ich gerade fragen, im Vergleich zum Schamanen, wie schaut es aus mit den Druiden? Der Schamane hat halt den, je nach Boss, dass es halt, wenn viel Gruppenheilung ist, ist der Schamane vorne, wenn es eher auf dem Tank ist oder auf einzelne Ziele, wo es voraussehbar ist, ist der Druide deutlich besser, weil der kann das schon mal vorhorten, wenn ich weiß, aha, gleich kommt was, vorhorten und bam, während die anderen Zauberklassen bis auf den Priester abwarten müssen, bis der Schaden kommt, hast du schon die Hälfte der Gruppe schon mal vorbereitet. Ja, während bei Villariba noch geschrubbt wird, wird in Villabajo oder wie war das, hat der Druide schon gehealt, ja, okay. Genau. Okay, cool. Und, was soll dein Ausblick in Bezug auf eventuell folgende Addons nach Vanilla? Also, wie gesagt, gleich kommt hier noch Burning Crusade nach Vanilla, weiß man ja nicht, das ist ja sehr wahrscheinlich. Denkst du, der Druide ist generell in Vanilla schon eine gute, ich sag mal so, Investition für die Zukunft? Kommt da noch, wird es noch geiler oder? Also, wenn man am Ende vom Naxx dann auf den Druiden zurückblickt, dann hat man eine extreme Steigung, besonders im Hierbereich gesehen. Und, da sieht man schon, was in Burning Crusade kommen wird. Also, in Burning Crusade steht er in fast keinem Bereich mehr irgendwie hinter einer anderen Klasse. Also, besonders als Heiler in PvP ist ein Druide nicht mehr down zu bekommen, wenn er es nicht unbedingt möchte. Wenn er gar keinen Bock hat, dann geht er nicht. Also, wenn er jetzt keinen Bock mehr hat, hier zu, ach, jetzt ist mir langweilig, okay, kannst mich umhauen oder so. Im PvE ist es genauso ein glühendes Leben, das ist ein der besten Heilzauber. Wird er gebannt, heilt er, lässt ihn laufen, heilt er. Naja, ist mega mana-spart. In der Arena noch. Mana-spart. Und im PvP mit Wildwuchs, bam, einfach, klick, fünf Leute haben hot drauf. Ha, ja, was, ihr fangt gerade erst an zu casten, ich kann während des Laufens zeigen. Ja. Also, im WC, wenn das wirklich kommt, freue ich mich drauf, da ist der Druide wirklich konkurrenzfähig. Ist es eigentlich vom reinen Heal-Output in Burning Crusade, ist der Druide da auch der beste Healer? Kann man das so sagen? Ich weiß gar nicht genau, im PvE. sag mal so, wenn der Schaden vorausheber ist, also das ist beim Druiden eh wichtig, wenn man Heiler spielt, muss man die Instanz kennen. Wenn man denen erst was tut, wenn der Schaden da ist, ist es zu spät. Ja, weil man halt über Zeit hielt. Kannst du locker immer auf Platz 1 sein, erst recht, wenn du dann später genug Mana-Reck hast, weil du kannst schon was unternehmen, während die anderen Heiler noch überlegen, was sie gerade tun müssen. Selbst während des Laufens kannst du Zauber wirken, das kann sehr wenige andere Klassen, und du kannst alles schon vorbereiten. Also im Burning Crusade würde ich sagen, da ist der Druide mit der beste Heiler. Nicht bei allen Bossen, aber bei vielen. Okay. Okay. Ja gut, Leute, wenn ihr noch Fragen habt, dann ballert ihr nochmal rein. Ansonsten würde ich sagen, Ben, war das Gespräch an der Stelle, wir haben ja lang genug geredet. Ich denke, Seeker muss dann auch bald weg. Ich habe hier gerade keine Frage mehr direkt noch. Wild wuchs ist doch WOTLK, war hier der Einwand. Ja, kann möglich sein, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da wollte ich mich auch nicht festlegen. Aber selbst blühendes Leben war auf jeden Fall BC und selbst dieser Zauber ist Gold wert. Weil er da sogar noch nicht nur auf ein Ziel wirkbar war, sondern auf mehrere. Ja, also wie gesagt, blühendes Leben, also Live-Bloom auf Englisch. Da war man eigentlich nur beschäftigt, also den ersten, blühendes Leben wieder erneuern, bevor er abläuft. Und dann hatte man sehr günstig auf allen Zielen blühendes Leben laufen. Auch in der Phase, wenn es kritisch wird, lässt es ihn einfach rauslaufen, wieder full live. Man könnte ja auch dreimal stacken, glaube ich, ne? Genau. Und immer wenn du dann halt einmal wieder drauf zauberst, sind alle drei Stacks erneuert. Und deswegen, man, sparsamer geht's nicht. Und du hättest es auf einem halben Rate aktiv. Ein zweiter Druid, der macht den restlichen Rate. Und dann geht's los. Deswegen war er jetzt so extrem stark im PvE und im PvP. Wenn du im PvE ein Stunlock warst, lief er aus, hat's wieder full live, der schon ganz zum Beispiel über den Video guckt. Weil es unglaublich stark gegen Crowd Control war, so eine Art. Weil man das ja schon vorher drauf machen konnte, so eine Art, ne? Bevor man überhaupt in Bedrängnis kommt. Und das auf mehreren Zielen. Ja, stimmt. Ja, gut. Dann, äh, danke, Siganne, für die ausführliche Einführung in den Druiden an der Stelle. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, ähm, ich hoffe, euch hat das Video gefallen oder auch an die Podcast-Zuhörer. Wenn ihr so lange zugehört habt, dann vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über den Druiden gelernt. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt und bin wirklich gespannt, wie vor allem so diese ganzen Geschichten mit dem Feral-Druiden in, äh, Vanilla ablaufen werden. Eule haben wir jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht angesprochen. Fällt mir auch gerade noch ein. Kommt immer noch was zum Druiden, ja? Aber Eule ist eigentlich auch, kann man eigentlich sagen, im PvE nicht wirklich spielbar, ne? Weil man immer umgeht eigentlich. Ja, also im späteren Equip, wenn man wirklich Ampli-5 hat, okay. Aber am Anfang ist man nach einer zwei Minuten Bossfight open. Ja. Und im PvP kann man es auf jeden Fall spielen. Da gibt es auch von Stormix, wenn jemand schauen möchte, auf YouTube ein paar gute Videos. Kenn ich das Video. Also an der Stelle gerade mal ganz von mir den Einwand. Also wie gesagt, ich war wirklich überrascht, wie stark der Eulen-Druide im PvP ist, Leute. Ohne Kack. Äh, wenn man weiß, was man da tut, kann man da wirklich abgehen. Äh, auch mit den gewissen Items und so weiter. Ähm, genau, der spielt Balance, ja, ja, okay, spielt er ohne Eule, weiß ich nicht genau. Ja, aber, ne. Speck. Aber quasi, ne, Spell-Damage-Druide. Spell-Damage-Druide im Grunde. Das ist vielleicht schon sehr interessant. Also einfach mal googeln vielleicht und, ähm, das ist auf jeden Fall für den, für, für das, äh, PV, Solo-World-PVP sehr interessant. Ähm, und zum Beispiel genau auch, was mir noch einfällt, der Diamol-Tribute-Run, den ich da zu zweit mit einem Droiden gemacht habe, der war auch immer ein Eulen-Druide, ja. Weil er quasi dadurch auch dann, äh, den Gegner gedottet hat und so weiter. Dafür wäre es auch noch relevant. Aber generell kann man eigentlich schon sagen, dass der, dass der, äh, dass die Eule im Vergleich zum Fell und auch im Vergleich zum Hildroiden deutlich, deutlich weniger wichtig ist, oder, in Vanilla? Ähm, Sicker? Ja. Ne, kann man nicht so sagen. Das ist so ein Run-Spec eigentlich, ne? Das ist nicht wirklich relevant. Besonders in Raid-Gruppen gern gesehen, weil er kann massiven Schaden. Je mehr Gegner sind, umso mehr Schaden macht er. Weil wenn er erstmal alles zugedeutet hat, kommt keiner an seine HPS dran, bis auf vielleicht ein Dot-Hexer. Äh, HPS, DPS. Ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ähm, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben das aber wirklich auch geschafft mit den Droiden, ja. Ah, ich hoffe, euch hat, äh, euch hat dieser kleine, äh, Einblick hier in den Droiden gefallen, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.